Hallo, ich bin die Mangaka Banzabo und ich zeichne den Manga-Kulti-Kreatur und ich wünsche viel Spaß beim Podcast Comic-Cookies. Cookies, Comic-Cookies, lecker. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 133 eurer Comic-Cookies. Und wir haben es wieder geschafft. Wir haben uns zusammengefunden im großen Weiten Internet und wollen eine Runde zusammensprechen über Comics. Und da haben wir richtig viel Spaß drauf. Wir freuen uns drauf. Wir sind zum einen ich, der Andi und mit dabei sind der Andi, der Patrick und der Breed Store. Moinsen. Servus. Die Todgeweihten grüßen dich. Ich freue mich mega, dass wir hier also am Start sind. Wir wollen über Comics sprechen, habe ich schon angeteased. Ist das so, Andi? Und wenn ja, über was für Comics wollen wir denn heute zu sprechen? Also, wir haben natürlich wieder ein gemeinsames Thema, das wir gegen Ende der Folge besprechen werden in der Cookies Code Authority. Und das wird der Comic-Dux von Kate Beaton sein. Und ich persönlich habe dann noch zwei kleinere Sachen dabei. Das eine heißt Coffee and Milk von Rahel Süßkind und das andere heißt Girl in the World von Caroline Cash. Mega. Also scheint es zu stimmen, dass wir Comics besprechen. Breed Storm, sag bloß, du hast auch was vorbereitet. Ja, ich habe Add the Happy Clown aus dem Hause Jochen Enterprises und höre nur schöne Marcia aus dem Hause Reprodukt. Krass. Und Patrick, hast du etwa auch Comics mitgebracht? Komischerweise, ja. Ich habe Terror Island von der Egmont Collection, also auch die fantastische Fahrten mit Mickey Mouse von Alexis Messme und vom Splitter Verlag habe ich ein verdammter Handschlag von Mazaros und Erne Bintakis. Oder, ne, Bintakis, sorry. Super. Bei mir geht es heute um die Spinne, erschienen bei Kult Comics. Und bei mir geht es im Rahmen der, ich spreche über ganz alte, tolle Serien oder Comics, um Gotham Central Band 5 und 6, quasi die finalen Bände der Reihe, die ich unbedingt lesen und besprechen wollte. Und diesen ersten Comic, von dem ich gerade gesprochen habe, lieber Patrick, den habe ich dem Andreas Möller abgekauft. Den haben wir nämlich beide getroffen in Gönheim beim ersten, glaube ich, Pfälzer Comic Festival. Und da warst du auch, ne? Bingo. Es war davor eben in Gönheim ein Weinfest und dieses Jahr haben sie es mit einem Comicfest verbunden, weil da eben auch der Comicshop in Mannheim ist, der Fantastic Store. Mhm. Ja, das hat, glaube ich, nur marginal was miteinander zu tun, weil die, glaube ich, gar nicht da vertreten waren. Also es ist schon so, dass bei den dieselben Leute, die auch das Weinfestival da machen, die machen gleichzeitig noch ein Streetart-Festival und irgendwie hatten dann einzelne Personen davon Bock, irgendwie auch noch am gleichen Wochenende dieses Comicfestival zu starten. Klein, klein, aber fein. Und das erste Comicfestival im schönen Rheinland-Pfalz. Und da sind wir hin, weil es von uns aus nicht so wahnsinnig weit weg ist. Je nachdem, wie man halt da hinkommt, ne, Patrick? Ja, und zwar, also es nennen es halt jetzt hier Comic-Salon. Das ist ja schon auch, sag ich mal, das kann man schon machen, aber damit hängt man natürlich auch die Erwartungen recht hoch. Und muss aber sagen, dass das eine nette, feine Veranstaltung war. Es gab eine Handvoll Händler, es gab eine Menge Comic-Zeichner. Es gab vor allem auch Menschen, die halt wirklich international so ein bisschen angesehen sind. Irgend so ein Disney-Zeichner war da, der mir natürlich in Handlichkeit gerade nicht einfällt. Vielleicht weißt du da ein bisschen mehr. Und viele weitere Sachen, wie zum Beispiel auch ein kleines, aber feines Panel-Programm. Mit dem Veranstalter habe ich auch ein Kurzinterview geführt. Das könnt ihr dann später beim Tele-Stammtisch noch nachhören. Es kommt hoffentlich diesen Monat. Ja, ich fand es ganz nett und habe auch eine Menge Geld dagelassen. Patrick, wie waren denn deine Eindrücke? Ja, ich fand dieses Festival auch nett. Es hatte so ein paar kleine Kinderkrankheiten, aber nichts, was man nicht verschmerzen konnte. Es gab nur eben keinen EC-Automaten da im ganzen Dorf und du konntest dann nicht mit EC-Karte zahlen. Also musstest du dann gucken, wie du damit dein Budget rumbalancierst, sonst hätte ich dann wahrscheinlich auch mehr Geld dagelassen. Man wollte mich dem nicht zahlen lassen. Also es war wirklich so ein schönes, kleines, kumpelhaftes Comic-Fest in einer kleinen Sporthalle neben dem Pub. Und es waren wirklich einige bekannte Comic-Zeichner, auch ein internationaler Disney-Zeichner, von dem ich auch aus der Egmont-Collection, auf die wir nachher zurückkommen, den Comic natürlich habe. Dann war natürlich Sascha Dörp. Wie heißt der? Matze Vogt? Ne, nicht Matze Vogt. Michael Vogt. Hier. Michael Vogt war da. Okay, die Artistry. Also wirklich einige Bekannte und es hatte wirklich so ein schönes, kumpelhaftes Ambiente. Man hat es an einem Tag durchgesehen, also zwei, drei Tage hat es nicht gebraucht, aber es war wirklich schön und es waren wirklich einige schöne, nütze Gespräche da. Ja, kann ich so bestätigen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich freue mich auch mega drauf, dass es hoffentlich irgendwann da auch eine zweite Ausgabe von gibt. Und wenn ihr die Gelegenheit habt, ins schöne Gönheim zu fahren, dann nutzt sie. Es ist für vor allem eine Erstveranstaltung dieser Art von Leuten, die das noch nie in der Form gemacht haben, zumindest was jetzt Comic-Festivals angeht, wirklich ein voller Erfolg gewesen. Ich glaube, alle Beteiligten hatten eine Menge Spaß und auch für das Publikum hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Ich werde wieder hinfahren. Joa. Erf die Toh. Gönheim, gönnt euch. Ey, das lag allen auf den Lippen und jeder zweite hat es so auf Social Media geschrieben. Es war schon sehr offensichtlich, was für einen Wortwitz man da machen muss, gell? Nun ja, dann, wenn du dich schon so proaktiv zu Wort meldest, lieber Bridgestorm, dann ist vielleicht der Moment gekommen, wo du hier und jetzt mal dein ersten Comic-Foto vorstellen kannst. Meinst du, der ist gekommen? Okay. Kann ich das auch tun? Ich spüre das, ich habe da so ein Gefühl. Also, keine Frage, in den letzten Monaten, Jahren habt ihr viel über kanadische Comic-Zeichner gehört, ihr habt viel über Seth gehört, ihr habt viel über Joe Matt gehört und ihr habt natürlich auch schon von Chester Brown gehört. Und so war es natürlich nur eine Frage der Zeit, bis ich mir das erste größere Werk von Chester Brown jetzt nochmal nachgekauft habe, das aus dem Jahre 1983, 1984 bereits stammt. Und der gute Chester Brown hatte immer die Vision, er möchte geiler Zeichner werden für DC und Marvel. DC und Marvel haben das aber zu diesem Zeitpunkt komplett anders gesehen und haben gesagt, also was du da machst, das bringt uns leider nichts. Er hat sich dann aber in die kanadische Independence-Szene so integriert, die da gerade so ein bisschen aufgeblüht ist zu diesem Zeitpunkt und hat eine Serie rausgebracht namens Yummy Fur. Also, schmackhaftes Fell oder es gibt wahrscheinlich noch weitere Übersetzungen für das Wort Fur. Ihr könnt euch euer eigenes Bild dazu machen. Auf jeden Fall hat er da die Story, die später at the happy clown werden sollte, herausgebracht und 1989 das erste Mal den Sammelband, wo die ganze Story über die Jahre hinweg enthalten war. Das Ganze ist dann 1992 in Deutschland das erste Mal erschienen bei Jochen Enterprises, ein Verlag, der seiner Zeit weit voraus war, den es heute nicht mehr gibt. Und ja, also wie gesagt, das muss man sich vor Augen halten. Es ist jetzt schon 31 Jahre her, dass das Ding in Deutschland erschienen ist. Deswegen fragt euren Comic-Händler danach, ob er euch das besorgen kann. Die haben wir richtig Bock drauf. Ihr könnt das gute Stück natürlich auch sehr gut gebraucht holen oder es gibt natürlich auch diverse US-Ausgaben mittlerweile dazu, dass da keiner ohne eine Ausgabe davon gehen muss. Ich habe mich aber für die deutsche Ausgabe entschieden, weil es mich so ein bisschen interessiert hat, wie war das zu dem Zeitpunkt? Wir haben dieses Ganze umgesetzt und ja, es ist im schönen Taschenbuchformat entschieden. Es könnte ein bisschen fester sein von der Struktur, aber für das, was es sein soll, ist es ein richtig gutes Buch geworden mit über 200 Seiten Inhalt und das kann man sehr günstig schießen. Aber darum geht es ja nicht, ob man das günstig kriegen kann, sondern was ist die Story? Also ich habe das Ding aufgeschlagen und in dem ersten Panel, da starrte mich gleich so eine Frankenstein-Figur an und ja, die überhaupt keine weitere Relevanz hat, aber er hatte offensichtlich Bock in seinem ersten Heft Frankenstein mal auf das erste Panel drauf zu zeichnen. Und dann geht es schon, finde ich, weiter, dass ein paar Seiten hinterher endlich die Hauptfigur Ed, der Happy Clown, auftritt. Also das ist mehr so ein tragischer Clown, der so eine Art, ja, wie einen Wasserkopf hat und dem eigentlich durch die ganze Geschichte hier hindurch einfach nur ganz, ganz, also wirklich schlimme, schlimme Dinge, also wirklich, wo es vom Zugucken wehtut passieren. Innerhalb der ersten paar Seiten hat er sich schon das Bein gebrochen, dass er einen offenen Bruch hat, der auch gezeigt wird. Und ich dachte in dem ersten Moment, ja, okay, hier hat jemand so seine College-Zeichnung irgendwie so ein bisschen gebündelt und ich habe auch in den ersten zig Seiten nicht so eine richtige Struktur gesehen. Wo will er jetzt überhaupt hin? Hat er einen Plan für das Ganze? Aber erstaunlicherweise am Ende des Buches stellt sich raus, ja, also vielleicht wusste er die ersten paar Panels nicht, aber dann hat er sich doch Zeit genommen, da einen interessanten, aber witzigen Plot, um diese Figur zu spinnen, den ich jetzt nicht so, also großartig enttarnen möchte, weil eigentlich lebt das ganze Ding von Überraschungen. Aber ich sage jetzt mal, es geht auch um andere Dimensionen, es geht darum, dass man einen sprechenden Penis irgendwie hat, es geht um diverse Monstren, es geht um ein Vampirmädchen, was sich rächen will und das hört sich komplett zusammenhangslos an. Aber Chester Brown hat es wirklich geschafft, das alles zu einer, ja, irgendwie nachvollziehbaren Geschichte zu verbringen, die mit sehr, sehr viel Gewalt, teilweise mit erotischen Elementen, aber auf eine weirde Art und Weise irgendwie arbeitet. Viel dunkler Humor, Ronald Reagan taucht irgendwie auf und irgendwie dann doch nicht, zu diesem Zeitpunkt natürlich Präsident der USA und also es ist einfach sehr, 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 sehr abgefahren, was er da, was er da gemacht hat. Aber ich hatte trotzdem Spaß und meine Befürchtung, dass das jetzt den ganzen Band so weitergeht, dass einfach hier so eine Aneinanderreihen von komischen, bösartigen Vorfällen hier passiert, das ist nicht der Fall, sondern das Ganze hat einen gewissen Plot. Und wie immer bei Chester Brown fragen wir uns natürlich, ist es gut gealtert? Weil, er hat ja gesagt, die Ursprungssachen sind von 83, 84 und wir hatten ja auch immer schon so ein bisschen, er hat ja auch schon so Themen gehabt mit Prostitution oder so, wo man natürlich sehr, sehr unterschiedlicher, geteilter Meinung zu sein kann und eigentlich auch muss. Und auch in diesem Fall ist es so, dass da Elemente drin sind, die heute im Zeitalter von Social Media natürlich gnadenlos durchfallen würden. Also er hat zum Beispiel eine Art der Gegner in diesem Band, sind Pygmäen. Pygmäen, afrikanischer Stamm von sehr kleinen Menschen offenbar. Und hier kommen die Pygmäen allerdings in einer Art und Weise her, dass sie eher so wie, ja also dunkel sind sie auf jeden Fall nicht schon mal, sondern sie wirken einfach wie so eine kleine Dämonenherde halt. Und jetzt würde man sich, würde das irgendjemand außer mir in Deutschland lesen und der auf Twitter unterwegs wäre, würde sich wahrscheinlich darüber austauschen, ist es jetzt ein rassistischer Kontext, in dem jetzt diese Pygmäen-Dämonen da jetzt dargestellt werden. Muss man sich, glaube ich, ein Bild selber drüber machen. Auch natürlich die Rolle der Frau in diesem Band ist, teils haben wir eine starke Vampirfrau, teils wird es aber auch ganz anders dargestellt. Und es ist einfach ein Kind seiner Zeit. Man merkt dem Ganzen auch so ein bisschen an, dass er viel Robert Crump auch gelesen hat, dass er so ein bisschen in dieser Tradition da einiges macht, ohne dessen Spezialitäten irgendwie covern zu wollen. Aber er bringt das Ganze dann eher in so eine tragisch-bösartige Richtung, was mir ganz gut gefällt. Und ja, also es gehört einfach, denke ich, dazu, wenn man sich mit Chester Brown beschäftigt, dass man einfach guckt, wo kommt er her und welche Elemente finden wir wieder. Also er hat zum Beispiel eine Figur drin, die seinem aktuellen Aussehen sehr, sehr, sehr ähnlich aussieht. Also das ist fast schon tragisch, wie sehr er da einen älteren Bürokraten, Nerd, was auch immer, so mit Brille und Halbglatze und so weiter dargestellt hat. Und der jetzt genauso aussieht, weil zum Zeitpunkt, als er diese Comics gezeichnet hat, da hat er eine krasse Dauerwelle gehabt und sah eigentlich aus, als wäre er eine Hair-Metal-Band, wenn man das Foto hinten auf dem Band so drauf sieht. Und ich glaube, das hat er sich nicht ganz so ausgedacht, dass es so wird bei ihm, aber trotzdem kommt das drin vor. Und auch verschiedene andere Elemente erkennt man dann natürlich bei ihm wieder. Sein Zeichenstil ist noch nicht so gefestigt wie in seinem letzten Band, also im Paying for It. Sondern wir sehen hier noch, dass er noch ganz schön am Rumexperimentieren ist, aber verschiedene Darstellungen, wie zum Beispiel die Darstellung von Frauen oder speziell von dieser Vampirfrau, die ähnelt schon sehr stark der Darstellung von Frauen, die er selber als die Art von Frau, die er gut findet, darstellt in Paying for It oder auch in anderen Bänden von ihm. Also man erkennt da eindeutig eine rote Linie und wer Bock dazu hat, sich auch mit sowas Abgefahrenem, Bösartigen, Tragisch-Komischen einzulassen. Und ich sage wirklich, der Clown hat mich lange Zeit abgeschreckt, weil Clowns finde ich generell irgendwie, fand ich noch nie richtig gut, außer bei S, da war ganz okay. Der wird hier seinen Spaß haben. Ja Mensch, krass, das ist ja so wieder, du hast gemeint, wenn man das jetzt unter aktuellen Gesichtspunkten liest, das kann man mit alten Werken ja durchaus machen, dann würde das übel aufstoßen und du meinst auch jeder oder jede sollte sich eine eigene Meinung davon machen, ob das jetzt rassistisch ist, ob das sexistisch ist. Aber ich meine, du hast doch bestimmt eine Meinung dazu, ob das so ist. Vielleicht willst du uns die mal erläutern? Ja, ich hatte es ja schon angerissen. Also die Bezeichnung Pygmen trifft für mich nicht richtig zu, weil, also es ist jetzt keine Darstellung von afrikanischen Ureinwohnern, wie wir sie, was weiß ich, in Tim im Kongo irgendwie sehen oder sowas. Sondern es ist eigentlich ganz klar, dass das ja eher so eine Art Dämoden ist. Ich wüsste auch gern, wie das vielleicht im Original heißt, ob das wirklich dann als Pygmen übersetzt wurde oder ob das vielleicht ein anderes Wort war zum Beispiel. Diese Geschichte mit sexuellen Darstellungen, die gibt es hier natürlich und es kommt auch gelegentlich vor, aber auch wie in seinen anderen Büchern weiß er glaube ich auch schon, dass er hier der etwas Seltsame in dieser ganzen Geschichte ist. Und hier kommen die Männer auch nie besonders gut weg. Jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, wo wir uns darüber unterhalten, ist die pure Darstellung von gewissen Dingen, ist das eine Zustimmung zu gewissen Dingen oder dient das vielleicht einem künstlerischen Zweck? Aber da könnte man wahrscheinlich drei Stunden zu podcasten und jeder hat da ja sicherlich eine etwas andere Meinung dazu. Aber ich würde tendenziell sagen, also den kann man eigentlich noch gut lesen, wenn man das vielleicht ein bisschen berücksichtigt. Andi, hast du irgendwelche Gedankengänge da zu dem Comic von Breedstorm? Keine zusätzlichen zu dem, was ich glaube ich schon immer gesagt habe, wenn Breedstorm einen der Kanadier vorstellt, die ich nicht gelesen habe, weil ich die Seths gelesen habe und er hat die Joe Mads und Chester Browns gelesen und irgendwann hole ich die mal nach. Mega. Patrick, da geht es scheinbar um absurden Kram. Hast du Bock? Vor allem absurden Kram mit Horror gepaart und dann auch noch mit komischen Clowns. Ich habe ähnlich wie Breedstorm Probleme so ein bisschen mit Clowns. Wen ich da halbwegs akzeptiere, ist der Clown aus S, der Joker und vielleicht Harley Quinn. Ansonsten finde ich Clowns ähnlich verstörend oder strange wie Breedstorm. Aber in dem Zusammenhang klingt der Mix wirklich interessant, bis auf die Sache mit dem nicht gut gealtert. Aber das hast du wirklich bei einigen Comics, die jetzt einige Jahrzehnte auf dem Buckel haben, dass die echt nicht mehr gut gealtert sind. Hm, da sieht es aus. Mensch lieber Patrick, dann mach doch gleich weiter und stell uns deinen ersten Comic für heute vor. Okay, ich habe hier Terror Island oder auch Fantastisch Fahrten mit Mickey Maus von Alexis Nesme. Äh, nee, Nesme. Und das ist ein Abenteuercomic aus der Egmont Comic Collection. Hier hat der Franco-Belgier Alexis Nesme, diesmal ohne die Hilfe von seinem Kollegen, äh, sorry, Louis Trondheim, jetzt eine weitere Hommarsch geschrieben. Bei dem Vorgänger war es eben so eine Hill House-Hommarsch, also verfluchte Häuser und jetzt ist es so ein klassischer Abenteuercomic und es geht darum, dass das Trio Mickey, Goofy und Donald zusammen einen gewissen Lord Peppermint suchen, der auf einer Insel verschollen ist. Und nachdem sie sich ein Boot zusammengebaut haben, machen sie eine Expedition eben auf diese Insel, die nicht weiter verzeichnet ist. Katakale mischt da auch mit, sorgt dafür, dass die dann auf dieser Insel sprangen und danach wird quasi alles abgefeuert, was so das Action, äh, das Abenteuergenre hergibt. Also du hast viele Anspielungen auf Indiana Jones, du hast viele Anspielungen auf das Abenteuergenre und auch auf klassische Disney-Cartoons, also zum Beispiel Steamboot Mickey wird hier referenziert. So ein Donald-Cartoon, wo er mit einem Hulk kämpft, wird hier auch referenziert. Das Ganze ist dabei in so einem malerisch-cartooning-Stil, also richtig schon, er hat auch eine gewisse Dynamik. Gerade bei den Action-Sequenzen hat er eine nicht allzu sklavische Aufteilung, sondern führt dann quasi durchs Spiel. Wir haben zum Beispiel eine Szene, da wird das Trio von Affen durch den Urwald gejagt und dabei werden sie so schlangenartig durch die Panels quasi durch den Urwald gejagt. Das ist wirklich sehr schön gemacht, zeigt quasi nochmal nebenbei so ein schönes Bild vom Urwald, während die da durchgejagt werden. Und du siehst später auch in einer ähnlichen Aufteilung auf einer Doppelseite quasi einen Tempel, den die quasi besuchen. Wie die da sich zurechtfinden müssen und wie sie nebenbei von Kater Carlo dann auch irgendwie gejagt werden. Und du siehst diesen Tempel quasi so in voller Pracht. Teilweise wirklich sehr, sehr, äh, also nicht nur teilweise, sondern es ist ein sehr, sehr schöner, gepfeichender, meilerischer Comic, wo ich gedacht habe, ja, er kann sich wirklich gut von Trondheim emanzipieren, auch wenn sein Humor ein bisschen boshafter war. Aber das ist ein schöner Abenteuer-Comic, der alles auffällt, was du von den Abenteuern erwartest, vergisst teilweise sogar fast schon, dass es Mickey, Goofy und Donald, bis dann so dieser typische Slapstick-Humor immer wieder mal durchbricht. Aber auch das ist vollkommen in Ordnung, weil das eben dazugehört, wenn du so einen Comic liest, dass da auch ein bisschen Slapstick drin ist. Und ich habe hier tatsächlich den Fall gehabt, dass mehrere Besucher, unter anderem mein Vater, den Comic nur mal kurz reinschauen wollte, am Stück dann durchgelesen hat. Ein Kumpel, dem ging es ähnlich, der wollte auch nur mal kurz reinschauen, ist hängen geblieben. Wie mein Vater hat sogar gemeint, ich wusste nicht, dass Disney auch noch gute Sachen macht. Er ist von dem Trend, den Disney aktuell auffällt, nicht wirklich begeistert und ein Kumpel meinte auch, ja, also, das ist wirklich jeden Cent wert, so aufwendig, wie das bearbeitet ist. Steffi hat da eher schon fast meine Position vertreten. Ja, es sieht wirklich extrem cool aus, aber für 29 Euro für einen Comic, den du innerhalb von einer halben Stunde geliebt hast, ist es natürlich ein bisschen happig, auch wenn die Optik wirklich einiges hergibt. Aber ich wünsche mir da auch wieder für Kinder so eine abgespecktere Variante, dass die das auch mit ihren Taschengeld kaufen könnten, weil dieser Comic hat es wirklich verdient, dass er von mehreren entdeckt wird und nicht nur für uns alte Sammler, die auch mal ein bisschen Geld haben. Uns alte Sammler, sprichst du hier für uns alle? Nein. Aber generell, die Leute, wir sammeln ja auch ein bisschen. Ein bisschen, ein kleines bisschen. An der Stelle auch nochmal einen lieben Dank an Egmont, die haben uns den Comic nämlich als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt. Und das Ganze nicht nur haptisch, so wie du ihn gerade in der Hand hast, nein, wir hatten auch die PDF vorab, und das heißt, ich kann jetzt gerade ein bisschen durchscrollen. Und ich sag mal so, alle Referenzen sehe ich nicht, kenne ich nicht, weiß ich nicht, kann ich überhaupt nicht beurteilen, weil ich halt, wie gesagt, mich überhaupt nicht auskenne im Entenhausen und Disney und alles, was dazu gehört. Ich habe so ein paar Gedanken, wenn ich das so durchscrolle. Der eine Gedanke, der ist ein bisschen schändlich. Und zwar hattest du gemeint, dass das Artwork ein ganz besonders hübsches ist und das würde ich grundsätzlich auch unterschreiben. Das sieht sehr gut aus, sehr ausgearbeitet. Ich mag es auch gerade, was ich so an Panel-Aufteilungen zum Beispiel sehe, das ist einfach mal ein bisschen was anderes. Wenn die so durch den Dschungel laufen, da kannst du schon ein bisschen was machen und das geschieht hier auch. Ich muss aber sagen, dass gerade diese Koloration eine ist, die ich ganz häufig auch sehe bei Illustrationen, die mir von künstlichen Intelligenzen ausgespuckt wird. Wenn hier irgendwann mal einer zu mir sagt, Andi, das ist so ein Comic, der ist mithilfe von eben genau solchen Tools entstanden. Ich wäre nicht komplett überrascht. Das liegt auch eigentlich, glaube ich, sogar ausschließlich an der Farbgebung, an der Koloration, die schon total, das ist gerade ein großer Schlag ins Gesicht des Artists, es ist mir auch total leid, dass ich das so direkt formuliere, aber es kommt mir halt so bekannt vor, es sind so genau diese, ja auch einfach dieses Licht letztlich, wie ich es von ganz vielen Illustrationen dieser Art kenne und dann, ja, das fällt mir halt auf. Das ist so mein erster Punkt, den ich sehe. Kannst du das nachvollziehen oder ist das wirklich totaler Quatsch? In meinen Augen ist es Quatsch, aber ich weiß, zu was KIs fähig sind. Und dann ist es natürlich auch ein ganz schön cartoonesches Ding, also wir haben Soundwords, wir haben Explosionen, und wir haben, ich weiß nicht, Unfälle halt, aber so ein bisschen, ist halt krass und viel und laut und so. Und das muss halt auch so sein, schreckt mich halt alles eher so ab. Ist überhaupt nicht mein Ding. Aber es ist auf jeden Fall mal ein ganz anderer Ansatz auf Mickey Mouse, auf Donald und auf Goofy, lieber Andi. Und vielleicht deswegen was, was so Leute, die ein bisschen mehr Erfahrung mit Entenhausen haben, vielleicht ist es was für die. Wie sieht es bei dir aus? Hast du Interesse an 29 Euro, würdest du 29 Euro für Terror Island ausgeben? Ich glaube, dieses Gespräch hatten wir in einer anderen Folge auch schon mal, dass diese Hommage-Bände, wenn es in deutschen Ausgaben ist, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, eher hochpreisig sind. Ich finde die alle sehr hübsch. Also ich habe jetzt noch keinen davon gelesen und ich habe jetzt auch von dem Band nur ein bisschen was gesehen, aber ich finde die immer, wenn ich das so sehe, hat sich immer sehr, sehr schön gestaltet. Also mich spricht es durchaus an, es ist durchaus was, was ich lesen würde. Aber auch hier bin ich jetzt dann nicht tief genug in der Mickey Mouse Welt, dass ich mir das dann zwingend kaufe. Also das wäre dann wieder sowas, was ich dann mal aus der Bücherei oder so mir dann mal mitnehmen würde, um es zu lesen. Aber ja, also 30 Euro, da bin ich nicht genug Mickey Mouse Fan dafür. Du Patrick, hier in der Pressemail, da steht was drin von, mit Halbleinenrücken, okay, da kann ich mir ungefähr vorstellen, was das ist. Und Sonderpapier. Was für ein Papier ist denn das? Ist das irgendwie anders, als sonst so Comics sind? Also das Papier glänzt nicht, es ist quasi matt, sodass das Ganze nicht verfälscht wird, sodass du diese Lichtspielereien quasi hast, dass die Wasserfälle wirken, wie sie sollen. Wo du fast schon gesagt hast, ja, das könnte auch eine KI. Aber wenn du es quasi auf draußen liest, bei knalliger Sonne, dann strahlst du den nicht ins Gesicht oder wenn du eine Brille hast. Es wirkt eben wirklich wie so ein klassischer Comic, den du jetzt vielleicht vor 20, 30 Jahren so rausgebracht hättest. Dieses Mattpapier ist eben wirklich quasi nochmal was anderes. Das hast du wahrscheinlich auch bei den Spinnen ein ähnliches Papier. Lieber Breedstorm, Terror Island, das klingt so ein bisschen wie bei dir zu Hause. Willst du das lesen? War das ein schlechter Witz? Ja, vielleicht war es ein schlechter Witz. Ich habe ihn trotzdem gemacht. Bam. Hä, Witz? Wieso Witz? Naja, jedenfalls, ich bin da glaube ich nicht die Zielgruppe. Das wäre der Band, den hätte sich der Steffen früher gekauft und ich hätte ihn einfach hier behalten und ich hätte ihn dann mal gelesen oder zumindest durchgepächtet. Einfach hier behalten, never seen. So ist es. Ja, aber als Referenzen kann ich zum Beispiel einen Witz nennen, den würde jeder von euch verstehen. Die sind in so einem Tempel, dann finden sie einen Kristallschiedel und dann meint Micky, fass das Ding bloß nicht an. Es gibt natürlich die obligatorische rollende Kugel, also du hast wirklich viele Anspielungen auch auf Indiana Jones, auf King Kong, auf diverse Expeditionsfilme. Es hat für mich was Szenierstisches gepaart mit klassischen Disney Cartoons, deswegen ist es auch der Slapstick von. Ich kann verstehen, dass das da nicht jedem zusagt, aber es hat in meinem Bekanntenkreis wirklich auch Leuten zugesagt, die sonst nicht viel mit Disney Comics anfangen können. Ja, mal gucken, ob wir mit dem Comic, den der Andi uns jetzt vorstellen wird, ein bisschen mehr anfangen können. Ja, da bin ich auch gespannt. Also ich habe mal wieder ein bisschen was Obskures vielleicht mitgebracht. Oh, ich war schon. Coffee and Milk von Rahel Süßkind ist jetzt dieses Jahr erschienen im Selbstverlag, soweit ich weiß, sind es 80 Stück, die es davon gibt. Ich habe es mir über einen Berliner Comicladen schicken lassen, All the Problems in the World. Da hatte ich es gefunden. Jetzt diese Woche bei meiner Recherche habe ich auch den Big Cartel Shop von Rahel Süßkind gefunden. Dort kann man es dann also auch direkt bei der Künstlerin bestellen. Es ist ein Mini-Comic. Die Geschichte selber hat, glaube ich, so zwölf Seiten und dann ist noch ein Pin-Up in der Mitte, so eine Doppelseitenzeichnung. Und hinten ist noch eine Zeichnung von einem Gastzeichner drin, australischer Zeichner HTML Flowers. Den kennen vielleicht ein paar Leute, die sich so mit so Indie-Comics beschäftigen. Ja, Rahel Süßkind, deutsche Zeichnerin in Berlin, wohnhaft. Familie kommt, glaube ich, aus Kasachstan. Der Comic ist komplett in Buntstift gezeichnet, Color Pencil, wie der Amerikaner sagt, und ist eine abgefahrene Western-Geschichte. Es hat zumindest Western-Anteile, sagen wir es mal so. Es gibt Sheriffs, es gibt Cowboy-Hüte, aber das Ganze ist doch recht surreal. Die Figuren sind teils anthropomorph, also es gibt eine Krokodil-Figur, es gibt eine Hundefigur, dann gibt es Figuren, von denen man nicht so exakt genau weiß, aus was die sich zusammensetzen. Dann gibt es einen Milchkrug, der auch spricht und Augen hat und ein Gesicht hat und es gibt auch ein weibliches Geschlechtsteil, das spricht und einen Mund hat und eine Zunge hat und die Zunge hat irgendwann auch Augen und die Zunge ballt sich auch irgendwann zu einer Faust in einem Kampf. Die Geschichte geht hauptsächlich darum, die Figur Lulu kommt in das, was im Western klassischerweise ein Saloon wäre, hier aber ein Kaffeeladen ist, Fancy Coffee in Roastery und möchte eine Tasse Kaffee und möchte in den Kaffee Milch. Aber Milch ist verboten, in den Kaffee kommt keine Milch, weil der Kaffee ist zu gut dafür, dass da Milch reinkommt, aber Lulu lässt sich das nicht gefallen und sagt, ich will aber Milch und Lulus, ich sage es mal, wie es im Comic auch genannt ist, Pussy schmeckt dann mit der Zunge eben auch in den Kaffee und sagt, wir brauchen da Milch rein und dann gibt es Ärger und dann taucht der Sheriff auf und dann gibt es eine Schießerei und alles drum und dran und es ist alles ein bisschen abgefahren. Ähm, so was ich jetzt sagen, passieren, wenn Lulu keine Milch, keine Milch in ihren Kaffee bekommt. Äh, wie gesagt, ähm, abgefahrene, kleine, kurze Geschichte, ganz toll gezeichnet, sehr, sehr farbig, eben mit diesen, mit diesen Buntstiftfarben und man muss natürlich ein bisschen so diesen surrealen Stil mögen, also diese doch recht abgefahrenen Figuren und natürlich auch die ganze Handlung und Darstellung und alles drum und dran. Ähm, das ist jetzt relativ weit weg von Realismus, ähm, aber, äh, ich finde es eine recht spannende Angelegenheit, ich finde Rahel Süßkind eine recht tolle Zeichnerin, spannende Künstlerin, äh, macht auch einen sehr lustigen Podcast übrigens, der nichts mit Comics zu tun hat. Und, ja, also da, das ist wieder so ein, so ein Ding, wo ich mal Leuten ein bisschen, wie ich es beim letzten Mal, glaube ich, auch schon gesagt habe, Leute ein bisschen hinstoßen möchte, mal so, so Indie-KünstlerInnen sich auch mal anzuschauen, sich Comics anzuschauen, die man nicht direkt im Laden kriegt oder nicht direkt bei Amazon kriegen kann, sondern mal so auf Instagram-Accounts gehen, dort dann in der, in der Bio, den, den Linktree sich anschauen und auf den Big-Kartell-Shop gehen. Da kann man sich dann Coffee & Milk bestellen, kostet 8 Euro und, ähm, man hat eine spannende, relativ junge Künstlerin, ich glaube, sie ist in den 30ern, ähm, damit dann unterstützt. Und, ja, das war mein Mini-Comic für diesen Monat. Deinen Mini-Comic für diesen Monat, den hast du auch direkt da über ihren Shop gekauft oder irgendwo vor Ort? Das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Naja, also ich habe ihn über einen Berliner Comicladen bestellt. Es gibt diesen, es gibt einen Comicladen, Berlin heißt, also das ist nicht, sagen wir mal so, das ist kein reiner Comicladen. Der Laden heißt All the Problems in the World, die machen, äh, die verkaufen Comics und Rollenspiel-Sachen, äh, und die beziehen relativ viel Kram, zum Beispiel eben auch direkt aus den USA, direkt von Künstlern, also gerade eben auch so Mini-Comic-Zeug und solche Sachen, die man eben nicht über normalen Vertrieb bekommt. Und da habe ich, ähm, den eben auch gefunden. Da hatte ich ihren Big-Kartell-Shop noch nicht gefunden. Das ist, sie hat eine Website, diese Website hat auch einen Shop. In diesem Shop ist dieser Comic aber nicht zu finden. Wenn man dann, äh, in ihrer Instagram-Bio eben auf den Link-Tree geht, ist da auch ein Link in ihren Big-Kartell-Shop. Und da gibt es diesen Comic. Aber das habe ich erst diese Woche rausgefunden. Also ich habe ihn über diesen Comicladen eben bestellt, der den auch hat und die auch verschicken. Sie macht, also nicht nur auch diesen Podcast noch übrigens, sie macht scheinbar auch Twitch, habe ich gesehen. Also voll drin in der Medienwelt. Ja, macht sehr viel Zelda-Streaming auf Twitch und so. Oh, das ist ja absurd. Wer sollte sowas tun? Ich habe mal auch ihren Instagram-Account hier so ein bisschen überflogen und da steht drin, dass am Ende eines jeden dieser Coffee-and-Milk-Druck, also sie hat es selbst siehend, ähm, eine geheime Zeichnung, drin ist. Hast du eine individuelle Zeichnung hinten drin? Ähm, also es ist hinten, wie gesagt, diese, ähm... Secret drawing on the last page. Ähm, ja, das ist, äh, das war wahrscheinlich irgendwie eine Vorankündung, weiß ich nicht. Also da ist dieses Pin-Up drin eben von, also HTML Flowers, ähm, unter dem, also der heißt Grant Jonathan, glaube ich, ähm, je nachdem, wie man das ausspricht, ist ein australischer Zeichner. Ähm, der ist, wie gesagt, ähm, so im, im Indie-Kreis, kennt man den unter dem Namen HTML Flowers. Ich nehme mal an, dass das, was du da jetzt gerade liest, quasi ein bisschen so eine, so eine Vorankündigung war, bevor das also offiziell bekannt gegeben war, dass sie eben da von HTML Flowers so eine Zeichnung drin hat. Es ist jetzt keine, ähm, individuelle Zeichnung. Es ist einfach ein gedruckt, ein, ein, als Guest Artist quasi. Ah, ja. Ja, diese Zeichnung da so mit drin. Das ist, um das Ganze nochmal ein bisschen weiter aufzumachen, ähm, Simon Hanselman kennen vielleicht auch Leute, die sich mit so Indie-Comics beschäftigen. Deswegen auch ein Australier, der in den USA lebte, bei Fantagraphics diese Megan-Mock-Comics macht, Mega-Hex, ähm, diese Hexe und, und so verschiedene andere Figuren. Der verlegt bei Fantagraphics, ähm, der ist da recht erfolgreich. Ähm, der wiederum ist so der beste Freund von HTML Flowers. Die haben in Australien zusammen irgendwie auch schon, äh, Zeug zusammen gemacht. Ähm, und in diesem Dunstkreis gehört Rahel Süßkind auch so mit rein. Also Simon Hanselman ist mit Anna Haifisch auch gut befreundet. Wenn die in den USA ist, ähm, hängen die auch immer zusammen und so. Und, ähm, also Simon Hanselman hat Rahel Süßkind in, in seinen Podcasts, YouTube-Podcasts, ähm, auch schon mit erwähnt. Also die kennen sich da auch irgendwie alle mit. Und so in diesem, in diesem künstlerischen Dunstkreis quasi kann man Rahel Süßkind also auch verorten. Also wenn man so dieses Simon Hanselman und Co, ähm, Ding irgendwie mag, dann ist man bei Rahel Süßkind auch gut aufgehoben. Ja, klingt interessant. Das mit dem Buntstift, das kennen wir ja auch schon von der, äh, Suraya mit ihrem Faust-Comic, den du ja auch schon vorgestellt hast. Fällt immer nur ihr Vorname ein, Suraya. Wie hieß sie denn vollständig? Roja. Roja, genau. Und Suraya ist, glaub ich, auch der zweite Vorname. Naja, ihr merkt schon. Aber das ist, äh, ist eigentlich ein ganz cooles Zielmittel. Jetzt macht sie auch einen Podcast, lieber Breedstorm. Nennt sich übrigens Einshaufen oder Einhaufen, keine Ahnung. Ähm, scheine eine total interessante Person zu sein. Findest du denn das, was der Andi grad beschrieben hat, auch interessant genug, um vielleicht diesen Comic zu lesen? Ja, aber der Beschaffungsprozess, äh, der stellt mich schon wieder vor Probleme halt. Weil, wie gesagt, Instagram hab ich nicht. Und okay, ich hab gehört, ich kann sie in Berlin bei einem Comic-Shock bestellen. Aber, das, äh, wie gesagt, über den Big-Kartell-Shop bestellen, ich schick dir den Link. Okay. Breedstorm, hast du schon mal was bei einem Big-Kartell-Shop bestellt? Nein, ich bin ja durchaus schon auf Quimby gekommen und, äh, auf dem Schwarzer-Turm-Shop, aber Big-Kartell hat, sagt mir noch gar nichts, nein. So ein bisschen das Ding, ich kenn das schon, den Link und diese Plattform und so, aber das ist halt wieder so, so krass, super duper Indie. Vielleicht ist es auch einfach internationaler als Quimby, keine Ahnung. Aber, kann man sich nicht irgendwie auch so ein Metropol einigen? Ein Metropol, doch. Monopol ist das Wort, auf Monopol einigen. Monopole sind keine gute Sache, Andi. Achso. Komm, lass mal abends rumgucken. Aber ich verstehe, ich verstehe komplett, was du meinst, ähm, denn was uns tatsächlich ein bisschen fehlt in Deutschland, ist tatsächlich so ein, so ein Distributionssystem für so Indie-Sachen. Also es gibt natürlich Quimby und es gibt den, ähm, Freibolder-Shop, die so verschiedene Sachen haben, ähm, aber gerade wenn es dann so richtig so in diese, diese Scene-Ecke, Mini-Comic-Ecke geht, in den USA gibt es dann da so verschiedene Shops, die das machen, die dann eben so quasi von den Künstlern selber, Künstlerinnen selber, sich das Zeug schicken lassen und man es dann eben so über eine Sammelstelle quasi bestellen kann. Ähm, sowas haben wir nicht so richtig hier. Ähm, also ein Big Cartel-Shop ist ja quasi auch einfach nur ein eigener Webshop, ne, also Big Cartel ist ja einfach nur sowas wie Etsy oder was auch immer, keine Ahnung, halt irgendwie, wo man selber sich so einen Shop aufbauen kann. Äh, und seinen Kram halt irgendwie selber vertickt und, ähm, und, und verschickt. Äh, aber klar, man muss natürlich erstmal die Künstler irgendwo irgendwie gefunden haben und dann auf den Shop dann eben auch kommen. Mensch lieber Andi, das klingt echt wie so eine Lücke, ne? So eine Gewerbeanmeldung geht sehr schnell, lass dir das sagen. Ähm, vielleicht ist das dein Weg. Wir reden dann demnächst nochmal nicht direkt darüber, dass ich jetzt irgendwie so einen Distributionsshop irgendwie aufmachen wollte, aber an dem Thema hängt noch mehr dran in meinem Kopf, hängt da noch mehr dazu, da, da, da reden wir nochmal drüber. Wir hören voneinander, alles klar, euch Bescheid. Ja, Patrick, wie sieht's aus? Hast du Bock? Es klang sehr interessant und ich hab diesen Shop wirklich ohne Schwierigkeiten gefunden. Ich hab nur ein Süßkind gegoogelt, schon ist mit mir der Shop quasi entgegengeploppt, also allzu schwer zu finden war es nicht. Und ja, es ist interessant genug, um mal reinzuschauen. Vor allem bei sprechender Vagina dachte ich, okay, das klingt lustig. Haha, mega lustig. Cool, dann bin ich dran und ich möchte uns heute etwas vorstellen, das trägt den Titel Die Spinne, ist vom Autorin Michael Mikulajczak und vom Illustrator Andreas Möller. Gerade der Michael, der ist ja so ein bisschen einer der Haus- und Hofautoren bei Kultcomics. Ich hab auch von dem, ich glaub, Blutmond hieß das gelesen, das ist so ein Gothic-Ding, irgendwie Vampire hast du nicht gesehen. Und der hat auch eine Handvoll weitere Sachen gemacht, hat auch mit dem Sascha Derp schon zusammengearbeitet. Und irgendwie macht er halt jede Menge Zeug in der deutschsprachigen Comicszene. Den Andreas Möller, also den Illustrator, den konnte ich in Gönheim treffen bei diesem Comicsalon, von dem ich gesprochen habe. Der hat mir netterweise auch vorne eine Zeichnung reingemacht auf die erste Seite von der Protagonistin, von der lieben Amber. Aber wir befinden uns in der Kleinstadt Tinkerville in den USA 1972. Stellt euch ein bisschen so vor, das könnte so Texas sein oder so. Ich weiß gar nicht, ob das hier überhaupt genannt wird, aber das ist höchstwahrscheinlich irgend so ein Südstaaten-Ding hier. Und Amber kommt nach vielen Jahren zurück in ihre Heimatstadt, in eben dieses kleine Nest. Und will quasi wieder Kontakt zu ihrem Vater aufbauen, der aber nicht so richtig Bock hat. Und sie kommt daher eben nicht bei dem Vater, sondern bei Jimmy unter. Jimmy ist ein alter Kriegsveteran, der wohnt so ein bisschen außerhalb der Stadt. Und der hat nicht nur sein altes Haus, nein, der hat auch irgendwie noch so eine Scheune. Da ist quasi eine Wohnung drin und da kann sie erstmal nächtigen. Das Blöde ist nur, dass Jimmy, nun ja, einfach nicht nur so ein alter Kriegsveteran ist, der total nett ist. Weil er ist wirklich nett, er ist gerade zu Amber total freundlich, er hilft ihr und er bedrängt sie auch nicht. Aber wir Lesende finden es irgendwann schräg, dass er sich nachts neben sie legt. Und dass er im kompletten Haus so Guckschlitze hat, wo er sie beobachten kann. Und irgendwie die Spiegel auch nicht Spiegel sind, sondern eigentlich Fenster. Denn Jimmy kann von der anderen Seite zugucken. Und spätestens dann, und da will ich nicht weiter drauf eingehen und ich rate davon ab, die Rückseite dieses Comics zu lesen, weil er quasi die komplette Handlung spoilt. Wenn wir merken, okay, vielleicht gibt es da noch einen Keller drunter, wird klar, okay, das hier ist vielleicht ein bisschen thrilligerer, als wir das zunächst gedacht haben. Das ist also ein ganz klassischer Genre-Comic, bei dem Menschen sterben. Und es ist wie gesagt 1972, das heißt, wir haben entsprechende Klamotten, Musik, Personen, wir haben hier dann beispielsweise Amber auch, Amber war es, gell? Genau, Amber hat auch so einen Freund, ihren Freund dabei zu Beginn des Comics. Der ist eine Person of Color und der muss sich natürlich dann entsprechend rassistischen Dingen auch stellen, ganz klar. Also der Rassismus ist da allgegenwärtig, weil er halt einfach absolut nicht da, also ich weiß nicht, ob er da nicht reinpasst, aber er fällt auf jeden Fall total auf, in dem kleinen Städtchen Tinkerville. Das Ganze ist für Kenner storytechnisch vermutlich nicht so eine riesengroße Überraschung. Denn die Handvoll, wenn man so will, Twists, die es gibt, die haben mich als Laien des Genres schon irgendwie auch überrascht. Aber ich glaube, wer vor allem auch zum Beispiel aus dem Filmbereich kommt beispielsweise, dem wird das ja alles relativ bekannt vorkommen. Das große Highlight dieses Buches ist neben der soliden, guten Story, sind halt ganz klar die Zeichnungen. Was hier der Andreas Müller präsentiert, sieht wirklich sehr gut aus. Es kommt in Schwarz-Weiß daher, ist übrigens, was ich hier gerade in der Hand halte, auch bereits die Neuauflage mit 32 Seiten Bonusmaterial im Hardcover. Das Ganze hat hinten halt dann noch so ein bisschen, wie es halt entstanden ist drin und noch eine Extrageschichte, die da so ein bisschen in der Zeit mit den Figuren spielt. Es soll vielleicht auch noch was in der Richtung kommen. Und es gab übrigens auch mal eine Ausstellung mit diesen Illustrationen, die hier für den Comic entstanden ist. Alles ganz cool, müsst ihr euch mal anschauen. Na ja, auf jeden Fall ist es halt total hübsch. Ja, Schwarz-Weiß, klassische Graffi-Knuffel, wie wir Experten so sagen. Und das macht Spaß zu lesen. Also so Spaß, wie das halt eben machen kann, Menschen beim Sterben zu gucken. Es ist recht Action-geladen, es ist kurzweilig, es ist, wie gesagt, durch und durch Genre. Es ist nie übertrieben sexy, auch wenn natürlich hin und wieder Panels drin sind, wo die Frauen, um die es hier auch geht, die letztlich Opfer auch sind von unserem Jimmy, dann halt, keine Ahnung, da der besondere Fokus auf die Oberweite gelegt wird und so. Aber das ist eher die Ausnahme, aber es kommt vor. Und so kann ich insgesamt kurz und knapp sagen, dass ich die 30 Euro für das Hardcover, das ich gerade in der Hand halte, auf gar keinen Fall bereue. Ist ein schönes Ding und ich würde mir auch tatsächlich weitere Geschichten, die in diesem Universum spielen würden, würde ich mir durchaus auch anlesen und durchlesen. Und hoffe halt, dass es vielleicht ein bisschen mehr noch, ja, vielleicht überraschender daherkommt. Keine Ahnung, wie ich es sonst formulieren sollte. Genau. Patrick, du warst ja auch da. Ich weiß nicht, ob du durch das Ding geblättert hast oder es sogar gekauft hast. Warst du Bock? Bock hatte ich. Nur da ist das Problem gekommen. Ich hatte nicht genug Geld mit. Es gab kein EC-Automat. Wäre das Problem nicht gewesen. Ich hatte mir das Ding vor Ort gekauft. Leicht, ja, kein Thema. Ja, sobald ich Andreas Möller sehe, kaufe ich ihm das bestimmt auch ab, weil ich habe ja, anders als du, wir haben ja quasi hin und her schon geliebt, ich habe mir Cosmic Band 6 gekauft, da habe ich dann einen Comic von Andreas Möller gelesen, den ich vom Artwork auch ziemlich geil fand, wo ich dachte, ja, schade, dass das da nicht gereicht hat. Und es sieht wirklich interessant aus nach dieser palpigen Crime-Cost, die ich sonst auch lese. Ich war schon direkt angefixt. Ich leide mir das gern von dir. Bin gespannt, was Andreas Möller sonst noch so zeichnet. Nur beim Autor ist es immer wieder bei mir so ein Hit und ein Miss. Die meisten seiner Storys sind zum Schluss ein bisschen konfus, auch wenn ich seine Zeichnung wirklich mag. Ich habe auch schon einiges gelesen. Dieses Sisu, glaube ich, heißt das Ding, auch bei Kult-Comics erschienen, so ein Anthologie-Ding. Habe ich auch gelesen. Ja, würde ich dir zustimmen. Hit und Miss, glaube ich, trifft es ganz gut. Jetzt ist ja bei Kult-Comics echt schon eine Menge Zeug erschienen, lieber Breedstorm. Auch Sachen, die wirklich in eine komplett andere Richtung gehen. Du hattest beim letzten Mal hier was vorgestellt, wo du dir, glaube ich, inzwischen auch schon wieder was von dem Autorin oder dem Zeichner gekauft hattest, was so mehr so Zweite-Welt-Kriegs-Inhalte hatte. Ich finde es ja wirklich wahnsinnig beeindruckend, was da bei Kult-Comics alles erscheint. Wäre das denn jetzt hier so ein Genre-Ding? Die Starten 1972 und auch ein bisschen Thriller-Einschlag. Wäre das was für dich? Ja, ich habe die Leseprobe angeguckt. Finde ich sehr schön gezeichnet. Also es spricht mich direkt an. Und man darf auch nicht vergessen, der Andreas Möller hat ja auch den großen Satz damals geprägt. Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Was für eine Karriere, der hingelegt hat, oder? Wahnsinn. Lieber Andi, das ganze Ding wurde ja, wie ich bereits gesagt habe, auch mal für eine Ausstellung verwurstet. Das hier ist die Neuauflage. Ich weiß nicht genau, wann die erste Version davon erschienen ist. Ich glaube, es war 2019, aber nagelt mich nicht drauf fest. Und es gab es, wie gesagt, auch schon mal in der Ausstellung. Also es ist also echte Kunst. Und spätestens das könnte ja auch jetzt ein Argument für dich sein, lieber Andis, auch zu lesen. Oder waren es auch schon andere Sachen, die heute zum Thema gemacht worden sind? Ja, das echte Kunst ist wahrscheinlich nicht das, womit du mich als erstes locken musst. Also ich fand auf jeden Fall, es klingt interessant, was du erzählt hast. Düstere Krimis mit vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Es klingt ja schon so ein bisschen, als wäre da schon so ein leichter Horroranteil auch so ein bisschen mit dabei. Das finde ich natürlich gut. Das klingt gut. Ich habe jetzt nur ganz wenig jetzt von den Zeichnungen gesehen. Deswegen habe ich da jetzt noch keine echte Meinung dazu. Da müsste ich es nochmal in echt mal in gedruckt sehen. Aber an sich klingt es ganz interessant. Mega. Liebes Publikum, das Ganze ist ja hier eine neue Auflage. Das heißt 2019 vermutlich konnte man es erstmalig lesen. Und Neuauflage heißt ja, dass wohl schon mal irgendeine Abfassung davon ausverkauft worden ist. Würde ich schätzen. Habt ihr es gelesen? Wie gefällt es euch? Habt ihr Bock drauf? Wollt ihr es jetzt vielleicht lesen, weil ich hier so ganz viele Sachen drüber erzählt habe? Wenn das so ist oder auch nicht so ist, ist egal. Schreibt trotzdem bei uns mal in die Chatgruppen rein. Die findet ihr zum Beispiel auf Telegram und auf Signal. Unsere Chatmessenger, die wir bedienen, alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Und natürlich könnt ihr uns gerne via Social Media auch mal schreiben, was ihr zum Beispiel gerade gelesen habt. Auch Genresachen oder vielleicht irgendwas von einem Kanadier. Oder was mit einer Mickey Maus vorne drauf. Oder was mit Buntstiften gezeichnet wurde. All das könnt ihr gerne mal in die entsprechenden auch Kommentare zu eben dieser Ausgabe hier posten. Mega geil. Dann fangen wir von vorne an und sind wieder beim Beatstorm, der den zweiten Comic für heute vorstellen kann. Ja, ich hätte dann anzubieten. Hör nur schöne Marcia von Marcello Quintanilla. Ihr merkt schon wieder Aussprache Probleme, denn es haltet sich um einen brasilianischen Autor, der auf dem französischen Markt einiges veröffentlicht hat. Und da hat man sich wahrscheinlich im Hause Reprodukt gedacht. Oh, es läuft in Frankreich. Testen wir das doch hier auch mal nochmal aus. Und ich muss sagen, der Comic hat mich vom Cover her, als ich den das erste Mal gesehen habe, jetzt nicht so angesprochen. Weil es sehr knallig, sehr bunt, so ein bisschen Art-Deko-Farben sind da ganz, ganz viele. Und deswegen habe ich das so ein bisschen an die Seite gedrückt. Aber die Sandra von zwei Frauen, äh, drei Frauen in den Comics hat das dann doch mal ausdrücklich empfohlen. Und außerdem haben die ein Gewinnspiel gemacht. Und ratet was, ich habe gewonnen. Es ist übrigens ein guter Tipp. Es ist übrigens ein guter Tipp, wenn Comic-Podcasts Dinge zu verlosen, einfach mal mitmachen. Weil wir könnten sagen, die Beteiligung könnte schon größer sein bei sowas halt. Also immer, wenn ihr sowas lest, einfach mal mitmachen. Ob das bei uns ist oder bei wem anderen, es lohnt sich eigentlich immer. Und so kam diese schöne Comic zu mir aus dem Hause, Reprodukt. Auch wieder im großformatigen Hardcover kommt das Ganze an. Und erzählt die Geschichte von Marcia, die Protagonistin. Das ist eine, ja, ich würde sagen so Ende 40, Anfang 50 Jahre alte Krankenschwester in Rio de Janeiro. Sie wohnt in einer Favela, also in einem gewissen Elendsviertel. Und auch so ein bisschen andere Gesetze gelten. Und da wohnt sie zusammen mit ihrem Lebensgefährten, der entweder knallhart arbeitet oder zu Hause auf der Couch sitzt und Fernsehen schaut. Und mit ihrer Tochter Jacqueline, auch Jackie genannt. Und ja, die sieht ihr sehr, sehr ähnlich. Ist im Prinzip eine jüngere Version von ihr. Allerdings ist die nicht auf so einem tugendhaften Pfad mit, wie sie als Krankenschwester. Also sie hilft auch gern mal in der Nachbarschaft aus, wenn sich da Leute das nicht leisten können und so weiter. Ist da schon sehr gut unterwegs und auch beliebt. Ihre Tochter hingegen hat aufgrund ihrer leichten Affinität zu Drogen sich mit den örtlichen Drogendealern zusammengetan. Und hat da auch, ja, einen Partner, muss man sagen, mit dem sie durch die Gegend zieht. Den nimmt sie auf dem Motorrad mit und so weiter. Und das gefällt Marcia überhaupt nicht, dass das Ganze so da läuft. Und sie versucht, ihre Tochter wieder auf den Weg der Tugend zurückzuführen, was aber nur sehr schleppend anläuft. Also es kommt da zu vielen innerfamiliären Auseinandersetzungen zwischen ihr und ihrer Tochter. Wir sehen Auseinandersetzungen mit den Drogen. Wir sehen sehr, sehr viel Gewalt. Und wir sehen, vielleicht ist eine Triggerwarnung auch das Thema Vergewaltigung oder zumindest die Vorstellung davon kommt mal drin vor. Also es ist nicht leicht in dieser Favela. Und das steht im krassen Gegensatz hin wiederum zum Artwork. Weil das Artwork ist eigentlich schon komplett in bunten Farben gehalten. Also wirklich so teilweise so Art-Deko-Farben, teilweise mit knalligem Rot oder knalligem Lila hinterlegt. Man muss sagen, dass die Hauptfigur, also die Marcia und ihre ganze Familie wahrscheinlich dann den schwarzen Teil von der brasilianischen Bevölkerung darstellen. Die werden aber komplett in Lieder gehalten. Und das ist was, was, also mein Hauptkritikpunkt ist, dass mich diese Farben einfach von der Handlung, die unterm Strich eigentlich sehr interessant ist, zu sehen, was geht da so ab in so einer Favela? Wie sind die Kriminalitätsstrukturen? Wie wirkt sich das vielleicht auf Familien aus? Zu welchen Sachen kann, was passiert da eigentlich in Rio de Janeiro? Also das lenkt mich diese bunten Farben komplett ab. Und für manche mag das mit den Farben vielleicht sogar ein Selling Point sein, dass die sagen, das ist eine außergewöhnliche Darstellungsweise. Aber ich finde, das passt für mich persönlich nicht ganz so gut zusammen. Also es fällt natürlich sehr auf. Wir haben das teilweise schon bei afrikanischen Comics, bei den wenigen, die wir vorgestellt haben, gesehen, dass sie das auch sehr gerne machen, mit knalligen Farben arbeiten. Aber mich lenkt das irgendwie von der Story ab. Und was ein bisschen schade ist, weil die Story finde ich wirklich sehr, sehr gelungen und der Grad zwischen abstrusen Humor und lustiger Unterhaltung und zwischen lebensgefährlicher Situation und wirklich sexuellen Übergriff ist in der Favela doch sehr klein gehalten. Und ja, also es ist eine spezielle Zielgruppe, die das hier gut finden wird. Aber ich finde es gut, das so ein Ding mal zu probieren, ob das läuft in Deutschland. Und da bin ich sehr gespannt, ob das ein Seller wird oder nicht. Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Ich kann so viel sagen, dass das Ding schon krass beworben worden ist. Der Marcelo Quintanilla oder so, der war nämlich auch in München. Und da hatte ich die große Ehre eben zusammen mit der Solotero, die auch gerade aktuell war, bei Reprodukt veröffentlicht. Beim großen Südamerika-Gipfel quasi zu interviewen. Wir waren da im Amerika-Haus und haben auf Englisch so ein Gespräch geführt, das ich ganz unterhaltsam fand. Das hat mir viel Spaß gemacht. Und da sind wir natürlich punktuell auch auf einzelne Sachen eingegangen. Insbesondere auch auf sowas wie die südamerikanische Comic-Szene und ob es eine solche überhaupt gibt. Und in Vorbereitung dieses Gesprächs habe ich natürlich noch kurz vor knapp mir von der Lea Hübner, die das Ding hier übersetzt hat, mal sagen lassen, wie die eigentlich ausgesprochen werden. Und das ist halt wirklich schwierig. Also Marcelo, okay, kriegen wir hin. Der Nachname wird nicht so ausgesprochen, wie ich es gerade gemacht habe. Und schon, dann betont man als Deutscher, glaube ich, immer so die erste Silbe. Also man sagt so Marcia. Aber eigentlich heißt die Marcia. So, also die zweite Silbe wird betont. Und das ist bei allen Figuren so. Und ich gehe davon aus, dass mir das in 95 Prozent aller Versuche, das auszusprechen, bei dem Interview nicht gelungen ist. Also was einfach ungewohnt ist. Und nun gut, vielleicht kommt das Gespräch nochmal irgendwann irgendwo online und dann kann man sich das irgendwie auch anhören. Ich hoffe das Beste. Toi, toi, toi. Ich habe da noch keine konkreten Infos. Kann dir aber zustimmen, lieber Breedstorm. Du hattest über die Farben ja gesprochen. Über das, wenn man so will, abstoßende Fast John. Und ich muss sagen, es ist mir wahnsinnig schwer gefallen, auch in diesen Comic reinzukommen. Ich habe ihn nämlich auch in Vorbereitung gelesen. Und das Lieder selbst ist das eine. Aber das ist eigentlich nur ein Teilaspekt der optischen Wahrnehmung. Alle Figuren, gerade so auf den ersten Seiten, wirken irgendwie krass unsympathisch. Es ist einfach aus dem ästhetischen Empfinden heraus für mich ganz schwer gewesen, in diesen Comic reinzukommen. Es ist mir fast nicht gelungen. Erst als ich dann irgendwann merkte, okay, da gibt es noch eine zweite Ebene. Das wird irgendwann noch ein bisschen spannender vielleicht. Ich weiß nicht, ob das richtige Begriff ist. Aber es wird noch anders. Es wird noch auf eine viel, wenn man so will, düstere Art und Weise unterhaltsamer. Du hattest ja auch von diversen Zwischenfällen jetzt hier auch gerade, hattest du ja auch angedeutet. Da ist vieles drin, was ich ganz unterhaltsam empfinde. Ich glaube allerdings auch, dass sich der Marcelo hier mit diesem Artwork kein Gefallen tut. Er hat andere Sachen gemacht. Er hat wohl irgendwelche Action Comics auch früher gemacht. Auch so kleine Sachen, auch in irgendwelchen Zines und so. Und was ich da punktuell gesehen hatte, das ist schwarz-weiß. Es sieht quasi selbe Stilistik. Wirkt dann da aber durch eben mangelnd dieser, wenn man so will, Pop-Art-Farben hier. Oder dieser doch, nehmen wir es Pop-Art-Farben, weil es schon rauspoppt ein Stück weit auch. Viel ansinnlicher, also für mich viel ansinnlicher gewesen. Und auch weniger, ich hatte weniger Berührungsängste damit. Ja, es ist auf jeden Fall ein Experiment, dass die Leute bei Reprodukt damit eingehen. Und kann trotzdem dazu raten, dass man das Ding liest. Es ist schon irgendwie unterhaltsam. Gab es denn hier für dich großartig irgendwelche, wenn man so will, Schockmomente? Dinge, mit denen du in der Form nicht gerechnet hattest? Oder wusstest du, wie es in den Favelas Brasilien jetzt so aussieht? Ja, die ein oder andere Dokumentation hat man da ja schon gesehen, dass Drogen natürlich in große Rollen spielen. Drogenkartelle, Drogengangs. Und dass die an gewissen Bereichen halt die Polizei ablösen mit der Verteilung von der Macht. Also dass es einfach rechtsfreie Räume gibt, wo dann die Drogengangs herrschen. Und das ist hier halt auch so. Und die können sich halt auch rechtfrei ausleben. Und das steht natürlich im krassen Gegensatz zu diesen Anfangsszenen, was du gesagt hast, wo wir sowas haben wie, ich sag jetzt mal Roseanne, ohne dass man die Leute nett und freundlich findet. Und dann aber zu massiven Gewalteinwirkungen und sexuelle Gewaltideen und ähnliches. Und das war dann schon ein krasser Widerspruch zu den sehr, sehr bunten Farben. Und also ich hätte gern das Experiment, das ich mal sehen würde, wenn man das, ja sagen wir mal, halbwegs realistisch kolorieren würde, würde das wahrscheinlich komplett anders wirken. Ich meine, der Künstler hat sich bestimmt was bei gedacht. Aber so vom Weiten, wenn man das Cover sieht, denkt man, das ist so ein Feelgood-Comic, so Slice of Lies, live irgendwas in der Richtung. Und wenn man näher hinguckt, sieht man da hinten, die Gebäude sind vergammelt und es liegt Müll rum. Und ja, es passt alles nicht so richtig. Und vielleicht ist es das, wo er drauf hinaus will, dass man da eher so einen Blick für entwickelt. Aber als Milieustudie ist es natürlich sehr gut. Ja, das ist es vielleicht. Vom Artwork her könnte es dir auf jeden Fall gefallen. Andi, wie sieht es aus? Hast du mal durch Leseprobe geblättert oder sogar durch die PDF-Datei? Ja, schon vor einer ganzen Weile auch mal. Und bei mir, ich bin tatsächlich derjenige, den die Zeichnung, die Fachgebung angesprochen hat und interessiert hat. Beziehungsweise das, was mich dazu gebracht hat, mich für den Comic zu interessieren, ist eben diese besondere Ästhetik. Ich habe mich gar nicht großartig damit beschäftigt, worum es in dem Comic geht. Ich habe auch mal irgendwo, ich meine, er wurde ja auch irgendwie, ich weiß nicht, wie Tagesspiegel oder was auch immer irgendwie auch besprochen, habe ich sicherlich auch mal was gelesen und überflogen. Und in München, als wir alle gemeinsam auf dem Comic-Festival waren, standen wir ja auch, glaube ich, sogar zusammen. Alle am Repunkt standen und hatten den in der Hand und haben ein bisschen drüber gesprochen. Also mich spricht genau wirklich diese Farbgebung und Ästhetik an. Und deswegen möchte ich den auf jeden Fall noch lesen. Es freut mich zu hören, dass er auch eine erzählenswerte Geschichte hat. Aber das stand für mich jetzt tatsächlich erst mal gar nicht so sehr im Vordergrund, um mich für den Comic zu interessieren, sondern wirklich die Zeichnung. Ja, Patrick, du hast den dann vermutlich auch mal in der Hand gehabt. Hast du eine Meinung zu dem Comic? Ich habe tatsächlich auch schon ein bisschen reingelesen. Wir haben ja alle dieses PDF, wir haben alle schon drüber diskutiert. Und ich hätte auch diesen Milieustudie-Aspekt schon ein bisschen interessanter gefunden. Aber ich verstehe auch, wenn es quasi fast schon neonlichtartig leuchtet, weil auch das unterspreicht manchmal, wie abgerinzt etwas ist. Deswegen, ja, ich werde mir das auf jeden Fall nochmal durchlesen. Wir haben ja alle die Möglichkeit dazu. Und lieber so ein Experiment, das nicht zu 100% oft gegen Liebe stößt, als so ein 0815-Comic. Von daher, mich hat es schon interessiert. Also mich interessiert das schon. Auf jeden Fall kein 0815-Comic und nichts anderes habe ich auch vom Breedstorm erwartet. Lieber Patrick, dann ist dein Moment für den zweiten Comic heute gekommen. Okay, ich habe ein verdammter Handschlag von Matze Ross und Jan Bentakis. Und ja, ich habe jetzt nicht zu den paar Leuten gehört, die den per Kickstarter in der Deluxe Edition oder so unterstützt haben. Sondern ich habe mir den in der normalen Version mal gekauft, weil ich das Ding interessant fand. Also die Story dahinter, es geht um einen Benedikt Bosch, der einen Pakt, den er mit dem Teufel hat, auf einen kleinen kriminellen User namens Luca übertragen hat, für so ein bisschen Geld. Also Luca ist eine arme Sau, der hat beim Gangsterpärchen Schulden, die er abbezahlen muss. Und deswegen hat er quasi diesen Pakt des Teufels von Benedikt übernommen. Es ist so lustig, man kann diesen Pakt des Teufels mit einem Handschlag quasi an andere übertragen. Und trotzdem hat er extreme Probleme. Und dann mit Möchtegern Gangstern, mit seiner Ex, also eine sehr, sehr toxische Ex, mit der Polizei, mit einem SM-Typen namens Luttenklaus, an ein Eul gegen Hellcube und diversen Dämonenviechern. Also das Ding ist wirklich so abgedreht, wie es klingt. Das ist ein deutscher Comic, der auch noch zur Karnevalszeit in Köln spielt. Ich will den deutschen Film dazu fast gar nicht sehen, auch wenn ich jetzt aus Masochismus wahrscheinlich ansehen würde. Aber es ist so abgedreht, das ist so ein wilder Genre-Mix aus Horrors, Blätter, irgendwie so leichte Anime-Vibes. Und ja, irgendwie ist es so ein bisschen fast schon eine Klischee-Milieustudie über Köln. Also da wird quasi jedes Klischee, das du bei Köln jemals gelesen hast, quasi auch noch irgendwie abgespielt. Aber das Ganze ist so abgedreht, dass das Ganze nicht übernehmen kannst. Und vor allem ist es so eine Geschichte über toxische Beziehungen. Also du bist hier nicht nur teilweise im SM-Milieu, sondern du hast hier teilweise so masochistisch kranke Leute, dass es hier nicht gut gegen Böse ist, sondern gut gegen irgendwelche kleinkriminellen Masochisten. Es ist für mich bisher der lustigste Comic des Jahres, weil wirklich so viel an koischen und kranken Ideen abfährt, dass ich dachte, okay, Hildwee ist das auf eine schräge Art schon genial. Und dieser Comic ist sogar noch in den 7 Stufen oder 7 Phasen der Trauer unterteilt. Was das Ganze nochmal zusätzlich weird macht. Sind das so Kapitel oder was? Ja, ja, es sind sieben Kapitel, die quasi die Phasen der Trauer auch noch abbilden. Mhm. Vielleicht kannst du noch was zum Artwork sagen. Wer hätte dir das gefallen? Ich habe den Eindruck, es ist recht cartoonig, oder? Es ist ziemlich cartoonig. Es ist ziemlich bunt. Es ist plättrig. Es ist, ich weiß nicht, wie ich die Farbgebung bezeichnen soll, aber es ist sehr, sehr bunt. Also wirklich sehr, sehr bunt. Fast schon Köln-mäßig hat das Bild, das hier von Köln abgegeben wird, ist jetzt vielleicht nicht das Positivste. Das Bild, das hier von Beziehungen vermittelt wird, ist auch nicht das Positivste. Wäre es nicht so abgedreht, man müsste hier wirklich einiges sehr, sehr kritisch hinterfragen. Den einen Kölner Gag, den wir vielleicht nicht verstehen würden, der Nubbel ist schuld, der wird dann quasi auch noch erklärt. Also das ist das Ernste. Der Comic endet quasi mit Asche am Mittwoch. Also der spielt durchgehend einen zu Karneval. Deswegen ist er auch so bunt und abgedreht. Fast schon. Natürlich wird dann einer quasi von Homosexuellen angebaggert. Also ich meine ja, da wird wirklich jedes Klischee abgefeuert und auch noch Dämonen mischen bei dem Ganzen mit. Den auch diese toxischen Beziehungen aufstoßen, was ich lustig fand. Es ist schwer, die Durchgeknalltheit des Comics zu beschreiben, aber ich hatte meinen Spaß. Ich habe wirklich viel gelacht. Und ich habe es jetzt nicht bereut, dass ich das Kickstarter-Projekt nicht unterstützt habe, aber es ist wirklich so eins der durchgeknallteren Projekte von Splitter und ich bin dankbar dafür, dass Splitter auch solche deutschen Künstler unterstützt. Ja, das ist natürlich so ein Comic. Also der wurde ja wirklich rumgereicht. Insbesondere die beiden Jungs, Matze und Jan, die waren ja auch überall zu Gast. Also ich hatte sie letztes Jahr in Erlangen zu Gast. Sie waren bei den Jungs von PowComics. Auch im Splitter-Podcast sind sie zu Gast gewesen. Beziehungsweise es war so, glaube ich, so ein Wechselspiel aus PowComic und Splitter und keine Ahnung. Also die wurden wirklich hier und da, wurden die quasi eingeladen und haben da auch ihren Comic vorstellen können. Ich habe jetzt die Leseprobe hier noch irgendwo liegen, die sie vor einigen Monaten schon mal da hatten. Und bei denen ist es halt cool, dass du denen wirklich beiden folgen kannst auf Social Media und die dich halt wirklich teilhaben lassen an ihrem Entstehungsprozess des Comics. Und das ist irgendwie ganz cool, halt da mal so Stück für Stück dabei zu sein und dann auch so, keine Ahnung, die waren dann auch bei der Katinka Kornacker im Comicladen und haben dann da wirklich beim Einsortieren des Comics aus dem Paket in das Regal geholfen und so. Das ist alles ganz putzig. Ich kann nicht so richtig viel sagen zu dem Comic selbst. Ich fand nur diese ganze Geschichte mit dem Crowdfunding fand ich interessant. Hast du da vielleicht ein paar mehr Infos, wie das eigentlich dazu kam? Also hatten die den Deal mit Splitter schon vorher? Wofür war eigentlich das Crowdfunding gut? Mussten die noch den Druck finanzieren oder nur diese Vorzugsausgaben? Weißt du, welchen Hintergrund das hatte? Ich kenne den Hintergrund nicht genau und Splitter ist auch quasi in ihren Accounts mehrfach gesagt, das ist ein ungewöhnliches Projekt, dass die auch mal eine Ausgabe vorstellt, die du gar nicht kaufen kannst. Aber ich glaube, dadurch, dass die so durch die Gegend gereicht wurden, kam auch noch die Möglichkeit auf. Vielleicht könnte man da noch eine Luxusversion quasi stemmen. Weil ja, es wurde wirklich extrem in den Medien, beziehungsweise in unserer Bubble, sagen wir nicht in den Medien, in unserer Bubble quasi durchgereicht. Und vielleicht haben die Rückmeldungen dazu dargeführt, dass die gesagt haben, okay, wir bringen eine Luxusversion raus. Das haben ja auch einige unterstützt, überwiegend aus der Comic-Bubble. Deswegen haben sie da bei uns irgendwie das Interesse generiert. Nicht beim Mainstream-Leser, würde ich fast sagen. Ich weiß nicht, ob ich da was Falsches sage, aber ich fand die Idee cool. Ich habe auch bei Ariane bei so einem Video gesehen, wie sie das Ding geöffnet hat, was da alles bei dem Kickstarter-Ding drin war. Ja. Ja, ich verstehe es. Und wir unterstützen ja auch oft genug bei Kickstarter-Projekten wie Jezan zum Beispiel. Deswegen ist das vollkommen legitim. Da hat es mich mal nicht gestört, weil du konntest dir ja die normale Version auch so kaufen. Da war jetzt nicht gefühlt wie sonst der Druck. Ja, wir können das nicht veröffentlichen, wenn ihr uns nicht unterstützt. Sondern das war so ein nettes, kleines Beiwerk, dass man so unterstützen konnte, ohne dass du das Gefühl hattest, wenn wir das jetzt nicht machen, der Verlag geht vielleicht pleite. Ja, absolut. Und Matze und Jan sind auch einfach mal, kann man so sagen, echt krass sympathische Dudes. Also ich habe in Erlangen mit denen die Abende teilweise, zumindest ein paar Stunden an den Abenden jeweils verbracht. Und die sind einfach cool. Das sind tolle Menschen. Vielleicht ist das Grund genug für euch, liebes Publikum, euch den Comic zu holen. Andi, wie sieht es aus? Ein verdammter Handschlag. Wie viele Pakte mit dem Teufel hast du schon gemacht? Da darf ich natürlich nicht drüber reden. Ich finde den auf jeden Fall Zeichnungs auch sehr spannend. Habe ich natürlich auch so ein bisschen mitbekommen im Vorfeld. So den Entstehungsprozess, ohne jetzt super tief drin zu sein. Nicht so tief wie ihr auf jeden Fall. Und an sich eine Genre-Geschichte aus Deutschland, die auch in Deutschland spielt. Das finde ich sowieso sympathisch. Das passiert viel zu wenig. Von daher definitiv denke ich, da werde ich mal einen Blick hinwerfen bei Gelegenheit. Voll gut. Lieber Breedstorm, ein verdammter Handschlag. Das ist dir vielleicht auch schon mal passiert. Würdest du den Comic lesen wollen? Ja, ihr wisst, ich bin verheiratet. Mehr sage ich dazu nicht. Und den Comic würde ich lesen, ja. Okay, gut. Das finde ich ja toll. Ja, Mensch, Andi, dann stell uns bitte deinen zweiten Comic für heute vor. Also, nachdem ich jetzt ja vorhin einen Comic vorgestellt habe, wo wir gemerkt haben, da sind gewisse Hürden eingebaut, den herzukriegen, mache ich es euch jetzt leicht und bringe euch einen Comic, den ihr einfach auch gratis online lesen könnt, so wie ich es auch getan habe. Girl in the World von Caroline Cash. Ein amerikanischer Comic, gibt auch keine deutsche Besetzung, ist also auf Englisch. Habe ich vorhin nicht dazu gesagt, bei Coffee and Milk ist übrigens auch auf Englisch. Also, Girl in the World ist erschienen bei Silver Sprocket. Das ist so ein kleiner Indie-Verlag, ein amerikanischer Verlag. Und kann man also zum einen als gedrucktes Werk kaufen für 10 Dollar, 64 Seiten. Aber man kann es eben auch auf der Silver Sprocket Website komplett gratis lesen. Ich denke, wir werden den Link dann auch in die Shownotes packen. Caroline Cash ist auch eine junge Zeichnerin aus Chicago, gehört so zu der Independent-Comics-Szene dort. Ist so im amerikanischen Independent-Comics seit einigen Jahren auch schon durchaus ein bekannter Name. Ist jetzt nicht super underground, aber natürlich ist die Indie-Szene trotzdem relativ klein. Aber ist so eine der spannendsten und vielsprachigsten Nachwuchskünstlerinnen, über die immer mal wieder auch geschrieben wird. Und Girl in the World ist so ihr, soweit ich das sehe, im Moment längster Comics. Sie hat seitdem so ein paar Hefte, so Andologie-Hefte auch rausgebracht mit Kurzgeschichten. Girl in the World ist aber auch bisher das Einzige, das ich gelesen habe. Worum geht's? Es geht um eine Gruppe von jungen Frauen. Es ist vom Genre her, grob gesagt, so eine Es-Geschah-in-einer-Nacht-Geschichte. Also wir Lesenden verfolgen diese Gruppe von jungen Frauen durch eine Nacht hindurch. Und es sind alles Freundinnen, die aber innerhalb dieser Geschichte nicht gemeinsam unterwegs sind. Sondern wir haben so zwei, die entscheiden, nö, wir haben heute keinen Bock auf Party machen. Wir gehen wieder nach Hause und kiffen dort den ganzen Abend. Dann gibt's zwei, die gehen eben Party machen und haben dort verschiedene Erlebnisse. Dann gibt's eine, die ist Graffiti-Spray und dann auch so ein bisschen in der Stadt unterwegs. Dann gibt's wieder zwei, da holt die eine die andere gerade so aus dem Krankenhaus ab und da sprechen sie so über ihre Depressionen und solche Geschichten. Und der Comic schneidet quasi so hin und her zwischen diesen verschiedenen Figuren-Konstellationen und was sie eben so erleben in dieser einen Nacht. Sei es, sie bleiben zu Hause und machen da irgendwie Quatsch. Sei es, sie sind irgendwo in der Stadt unterwegs und treffen irgendwie auch noch andere Leute, gehen irgendwo mal was essen zwischendurch. Und so geht es eben hin und her. Sie kommunizieren auch hin und her. Also man sieht sie dann eben auch so mit dem Telefon texten und sich so gegenseitig updaten, wer was gerade macht. Und das Ganze kulminiert dann quasi darin. Also ganz am Ende wird man dann all diese Figuren dann eben auch so in dieser WG an einem Ort dann auch wieder zusammenfinden. Und am Ende sieht man auch so die Sonne aufgehen. Es ist wirklich so ganz klassisch, einfach so eine Party-Nacht, mal weniger Party durch und verfolgt man junge Frauen. Jetzt so quasi kontemporär, der Comic ist entweder 2019 oder 2021 erschienen. Ich habe unterschiedliche Angaben gefunden, aber so in dem Dreh ist jetzt ein paar wenige Jahre alt quasi. Und das ist so die Generation, denke ich, aus der Caroline Cash auch kommt. Die ist auch noch relativ jung, auch wenn ich jetzt nicht genau weiß, wie alt sie tatsächlich ist. Und einfach so eine Momentaufnahme von jungen Frauen in Amerika mit ihren Ausschweifungen, ihren Ängsten, ihren Depressionen, ihren Problemen. Auch wenn man nachts durch die Stadt geht und plötzlich von einem Mann verfolgt wird und solchen Geschichten. Das Ganze ist in die Zeichenstil farbig gestaltet auch. Ich weiß nicht genau, was für eine Technik. Für meinen Geschmack sieht es sehr, sehr gut aus. Es passiert relativ viel auf der einzelnen Seite. Die Seite hat auch häufig einen recht interessanten Panelaufbau. Mit so gewissen Durchbrechungen. Ganz, ganz spannend designt. Und teilweise hat man dann unten auf der einzelnen Seite dann auch noch so ganz kleine Panels, wo man dann eine andere Gruppe wieder so einen kurzen Einblick kriegt, was jetzt die anderen gerade zum gleichen Zeitpunkt quasi machen. Was passiert jetzt gerade bei den beiden, die zu Hause geblieben sind und so. Also ich fand den ganz toll. Ich habe den jetzt zweimal gelesen. Fand ich wirklich sehr, sehr sympathisch. Und auch hier wieder, wer sich also für so amerikanische Indie-Sachen interessiert und auch für jungen amerikanischen Comic abseits des Mainstreams, hat hier auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, wie gesagt, eben da mal gratis auf der Silver Sprocket Seite sich das mal anzuschauen und meiner Meinung nach eine wirklich tolle junge Künstlerin zu entdecken. Also Girl in the World von Caroline Cash bei Silver Sprocket. Girl in the World. Das ist auch wieder so ein Titel. Wenn du da nicht Comic dazu schreibst, dann ist das auf Google echt nicht so richtig optimiert. Ja, sieht ganz cool aus, was ich hier finden kann. Also gerade so auf der Titelfigur, diese braunhaarige junge Frau, das wirkt ja auch in Teilen Manga-esk, wenn ich das richtig interpretiere. Ist das im Comic auch so drin? Ich habe mittlerweile so ein bisschen den Eindruck, wir haben so eine gewisse Generation erreicht, wo du es fast nicht mehr vermeiden kannst, irgendwie auch einen gewissen Manga-Einfluss drin zu sehen. Also ich sehe das immer häufiger jetzt auch eben bei jungen ZeichnerInnen, dass ich so aus meiner Warte sagen würde, ich sehe da einen leichten Manga-Einfluss. Ob die das dann selber auch wirklich so sehen oder nicht. Also ich glaube, so ganz raus hat es wahrscheinlich niemand, sei es jetzt eben wirklich über aktives Manga lesen oder Anime schauen oder einfach nur, weil Comic-Zeichnen sich da so ein bisschen auch hinentwickelt hat, so in diese Richtung. Also ich meine schon auch, dass da so ein bisschen drin zu sehen, ja. Verstehe. Ich muss sagen, mir wirkt in der Leseprobe alles ein bisschen krass überladen. Ich sehe nicht so richtig den Schwerpunkt. Das ist ein bisschen wie so ein Wimmelbild. Ging dir das auch so und kannst du das nachvollziehen? Ist das gut oder schlecht? Wie ist deine Meinung dazu? Ich kann das nachvollziehen. Ich habe ja auch gesagt, da passiert schon relativ viel auf so einer Seite. Und wie gesagt, dadurch, dass eben der Seitenaufbau häufig jetzt auch nicht so super traditionell ist und da auch wirklich mit Panelformen gespielt wird und auch mit, ja, Leserichtungen oder so Versatzstücke fast so ein bisschen puzzelhaft auch und so. Aber ich finde, das passt eben sehr, sehr gut zu dem Comic, weil so dieses Fragmentarische der Erzählung auch so ein bisschen widerspiegelt. Oder wenn dann mal eben so eine Party-Szene ist, wo einfach Dinge halt auch gleichzeitig passieren, wo man dann auch, ja, quasi so eine gewisse Kakophonie in den Zeichnungen quasi hat, was so quasi diese laute Atmosphäre in der Disco oder irgendwie sowas auch widerspiegelt. Und das fand ich aber sehr, sehr gut gelöst, sehr, sehr spannend. Also es ist schon so, man muss schon ein bisschen hingucken, was nicht schlecht ist, finde ich. Also es schadet auch meiner Meinung nach auch gar nicht, wenn Comics den Leser, die Leserin auch mal dazu zwingen, auch ein bisschen langsamer zu sein und auch wirklich mal hinzuschauen und nicht einfach nur so die Sprechblasen abzuhuschen und die Zeichnungen mehr so peripher wahrzunehmen. Wie gesagt, der Comic ist jetzt mit seinen 64 Seiten jetzt auch nicht so super lang, dass man sagen würde, boah, jetzt quäle ich mich aber nicht 400 Seiten lang durch so ein bisschen so einen experimentellen Seitenaufbau, sondern man kommt da schon gut durch. Also ich finde schon, dass man den flüssig lesen kann, dass man da gut durchkommt und dass die Gestaltung wirklich der Geschichte auch wirklich angemessen ist. Ja, cool. Also ich würde auf jeden Fall erst mal blättern, bevor ich es kaufe. So viel sei an der Stelle mal verraten. Breedstorm, hast du die Meinung dazu, hast du dir die Leseprobe mal angeschaut? Die habe ich angeschaut und also ich würde es mir nicht kaufen. Das ist vereinigt vieles, was ich nicht gut finde und deswegen würde ich das eher die Zeit in irgendwas, wo ich sicher bin, dass ich es auch gut finde. Okay. Und Patrick, wie ist es bei dir? Manchmal ist mir unser Preller ein bisschen zu experimental. Hier ist es auch so der Fall, auch wenn ich es gut finde, dass diese Art von Comics natürlich existiert und ich das respektieren und honoriere, aber mit meinem Geld leider nicht. Ich kann mir vorstellen, dass man das gratis auf der Website lesen kann. Ihr bringt allem das Geld irgendwie ins Spiel und ich habe gesagt, das könnt ihr einfach nur gratis lesen. Ich finde es ja, das ist ja vollkommen fair, was ihr sagt, es spricht euch nicht an, aber dann, das Geld ist hier in diesem Moment ein. Ja, dann schneid den Part mit dem Geld raus und natürlich kostenlos würde ich es natürlich lesen. Der Link ist in der Gruppe. Okay, gern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so ein Comic ist, der womöglich, der einen honoriert. Also wenn du halt eben die Seiten gelesen hast, dass du aufgrund zum Beispiel eben dieses Panel aufbaust, von dem auch der Andi gesprochen hat, wenn du das halt zu schätzen weißt und weißt, was da handwerklich auch drin steckt und so, dass einem dieses Werk schon auch einiges geben kann, was halt jetzt so von so einer Batman-Comic halt mal abweicht. Nicht so, das muss man schon mal sagen. Ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass es ein Comic ist, den man, nachdem man ihn gelesen hat, durchaus zu schätzen weiß. Wenn man die Hürde nimmt. So, die, oder? Das haben wir oft genug auch bei anderen filmischen Experimenten gemacht. Also, wenn die Hemmschwelle weg ist, dann werde ich das natürlich auch testen. Sehr gut. Wo ich so ziemlich gar kein Experiment gewagt habe, war bei der Lektüre der Serie Gotham Central. Das ist so eine Serie, von der hört man immer, die sollte man mal unbedingt gelesen haben. Warum eigentlich? Gotham Central steht drauf, Gotham Central ist drin. Damit ist nicht etwa einfach nur der Stadtmittelpunkt von Gotham City gemeint. Nein, Gotham Central. Da geht es um das Gotham Police Department. Wenn wir uns über Batman unterhalten und die ganze Bad Family, dann reden wir vor allem eigentlich ganz oft davon, dass irgendwie nicht nur die Figuren und die ganzen Bösewichte insbesondere, also eben auch Batman und seine Volksschaft und eben auch die Bösewichte eine große Rolle spielen, sondern dass Gotham selbst wirklich also so eine richtige Rolle spielt auch in was auch immer für einer Geschichte, in was auch immer für einem Comic, in was auch immer für einem Film und das wäre halt schon immer irgendwie auch was, auch eine eigenständige Figur fast schon. So, was bedeutet das jetzt eigentlich konkret? Wir haben dann doch irgendwie überschaubar viele Möglichkeiten, die Stadt Gotham ein bisschen besser kennenzulernen und da fällt mir natürlich alles ein rund ums Niemandsland, ums Beben. Da ist halt eine ganze Menge von Gotham City kaputt gegangen und es gibt hier und da auch mal Storys, die so die Story von der, die Geschichte der Stadt selbst auch ein bisschen historisch zum Beispiel betrachten, aber insbesondere zum Beispiel die Polizei Gotham Cities, die ist auch immer mal mehr, mal weniger so da. Wenn wir jetzt mal nur den Jim Gordon uns angucken, dann ist irgendwann auch zu Ende erzählt und dann kennen wir vielleicht namentlich noch Bullock und wir kennen vielleicht namentlich noch Montoya, aber was ist eigentlich los mit so einer Polizei in einer Stadt, die vom Bösen quasi terrorisiert wird und wie beeinflusst das den alltäglichen, ja den Alltag letztlich auch unserer Polizisten hier in Gotham City? Und darum geht's in Gotham Central. Vor einiger Zeit sind hier sechs Sammelbände mit der kompletten Serie bei Panini mal erschienen und die ersten vier Bände habe ich damals, als sie irgendwann irgendwo rauskamen, auch gelesen und die beiden Abschlussbände, die hatte ich noch vor mir, die schlummern hier jetzt schon ein bisschen länger in meiner Box rum und ich habe die für die heutige Ausgabe weiter gelesen und ich sag mal so, ist weiterhin ziemlich geil. Ist der, also die beiden Abschlussbände auch der Reihe, danach ging's nicht weiter. Ganz groß stehen vorne immer die beiden Autoren drauf, das sind Ed Brubaker und Greg Rucker, die sind ja auch tatsächlich für Thriller, für Cop-Stories, für Detective-Geschichten sind die ja bekannt, ja, also das ist jetzt nicht so, dass das was wäre, was für, also ich glaube damals, weiß ich gar nicht, ob die da damals schon den Zugang so hatten zu diesen Geschichten, als es rauskam, ich weiß nicht genau, wann die erstmal nicht erschienen sind in den Staaten. Wir haben jetzt hier die Neuauflage vorliegen und 2017, glaube ich, kam die raus, wenn ich das hier richtig sehe. Kurzum, ich habe mir die jetzt nochmal ganz genau angeguckt und habe dabei viele tolle, kleine, feine und unterhaltsame Cop-Stories gekriegt. Im Zentrum unserer Geschichten stehen dann natürlich auch mal Montaja und ihr Partner. Da stehen aber auch ganz viele andere Polizisten und wir haben immer so ein bisschen halt die Situation, irgendwer oder irgendwas ist tot und dann muss da halt hinterher recherchiert werden. Manchmal gibt es Situationen, dass ein Polizist oder Polizist in ein Bedrängnis gerät. Es gibt hier und da natürlich auch Korruption in den Reihen der Polizei. Es geht natürlich auch um die Frage, wie stehen die jetzt eigentlich gerade alle so zu Batman? Denn in einer der Vorausgaben, das hatte ich nicht mehr so ganz griffparat, muss irgendwas passiert sein, sodass die Polizei jetzt gerade ein bisschen Abstand nimmt zu Batman, zumindest offiziell und beispielsweise auch dieses Batsignal auf der Polizistation abbaut und damit dann halt eben nicht mehr quasi nachts Batman rufen kann. Ja und so erleben wir hier viele verschiedene kleine Geschichten und wie gesagt, dann prügeln sich auch mal Leute und es wird auch mal blutig und es ist immer irgendwie unterhaltsam. Immer so drei, vier Hälfte lang haben wir eine Story hier drin, die auch hin und wieder Cameos hat. Wir sehen mal Catwoman, wir sehen mal die Teen Titans, wir sehen natürlich auch Batman und das Ganze ist gut geschrieben, hat tolle Dialoge und gibt natürlich auch so ein bisschen einen Einblick in dieses ganze Polizei-Alltagsding, von dem ich schon gesprochen hatte. Das Einzige, was ich vielleicht ein bisschen kritisieren würde, wäre konkret vielleicht noch Montoya, denn gerade zu Beginn von Band 5 und Band 6, also sie ist Polizistin, sie ist homosexuell und wir sehen viel auch von ihrem Privatleben, das relativ normal ist, wenn man das so sagen kann. Aber ich glaube, gerade zu Beginn hatte ich so ein bisschen das Gefühl, okay, ich hoffe, dass sie noch mehr Charakterzüge bekommt, als einfach nur lesbisch zu sein und halt eben ein taffer Cop. Das kommt dann später tatsächlich noch, es gibt noch einiges, was sie dann durchmacht, das ist schon auch ein bisschen ein Drama. Ihr Vater beispielsweise hat sie verstoßen, ihre Familie, sie hat quasi gerade keinen Kontakt über ein Jahr mehr richtig und das steckt da alles drin, das kommt dann im Laufe der Zeit. Aber ich weiß nicht, ob das nicht auch hätte funktioniert, wenn man sich zum Beispiel auf nur ein Team konzentriert hätte. Also nur, ich weiß nicht, ob es eine weibliche Form für Cop gibt, aber nur ein Cop und PartnerInnen und halt eben nicht mehrere Teams, die halt teilweise Parallelsachen erleben, Fälle lösen und so. Also, wo es natürlich auch Überschneidungen gibt in meinetwegen irgendwelchen Besprechungen oder so. Ob es nicht besser gewesen wäre, ähnlich einer TV-Serie den Fokus konkret auf ein Team zu legen. Das ist nicht so, dass das jetzt großartig irritierend ist, weil wie gesagt, du kriegst immer abgeschlossene kleine Storys, die sind immer ganz cool, aber womöglich wäre das ein Ansatz gewesen, um dann zum Beispiel auch mehr Tiefe in eben diesen einzelnen Figuren noch einzubekommen. Das ist eine gute Serie, ich kann sie uneingeschränkt weiterempfehlen und fand es auch gar nicht weiter schlimm, dass hier verschiedene Zeichner am Start sind. Ich möchte Vollständigkeit halber für die Ausgaben 26 bis 40, die hier abgedruckt sind, noch erwähnen, dass das Jason Alexander sind, Stefano Gaudiano, Michael Lark, dann ein Kano und ein Steve Lieber. Und vielleicht auch durch die Koloration, die hier von auch wieder unterschiedlichsten Leuten kommt, wobei, nee, kann man so gar nicht sagen, Farbe ist komplett von Lee Look Rich. Ja, also der hat komplett in allen Ausgaben die Farben gemacht. Die Farben sorgen schon dafür, dass es atmosphärisch alles so beieinander liegt. Ja, du siehst es in andere Line Arts, ja, du siehst, es ist auch mal ein bisschen abstrakter, mal ein bisschen mehr flächig, mal ein bisschen weniger flächig. Und unterschiedlich, aber durch diese, ja, es wäre auch zu viel, es wäre falsch, es ist schon eine Farbpalette, aber sie ist keine reduzierte Farbpalette, weil irgendwie alle Farben hier auftauchen. Aber von der Art der Farbgebung und wann man welche Farben benutzt, wirkt es schon wie aus einem Guss. Das hat mir sehr gut gefallen. Und am Ende haben wir natürlich auch noch den großen, einen, wenn man so viel tragischen Moment. Auch der gibt der Serie ein angemessenes, irgendwie auch hängenbleibendes Ende. Ich mochte, ich mochte die meisten der Dialoge, ich mochte die meisten Handlungsstränge, ich mochte, wie man es schafft, eine Geschichte zu erzählen, auf der Gotham draufsteht, ohne dass Batman ständig eine Rolle spielt. Das ist ja was, was bei DC nicht selbstverständlich ist. Und auch die Cameos, also die Auftritte von beispielsweise jetzt mal hier Robin oder wenn dann, wie gesagt, dann die Teen Titans da rumstehen. Das fand ich schon, fand ich ganz cool. Das hat mir Spaß gemacht und das habe ich auch gern gelesen. Cochbem Central hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel und ich bin mir relativ sicher, dass der liebe Bridgestorm die auch gelesen hat, oder? Ja, das war Anfang der 2000er, war das natürlich im Panini Forum heiß diskutiert, diese Serie. Und Panini hat es ja relativ lange feiern lassen, glaube ich, mit der Veröffentlichung, sodass ich mir das Ding irgendwann mal beim USA-Aufenthalt, ich glaube in Kalifornien oder so, das erste Trade damals gekauft habe. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe allerdings nie geschafft, die Serie zu Ende zu verfolgen. Und so was dieses Atmosphärische angeht, so dieses Einblick in den Kopfalltag, würdest du mir da zustimmen? Ja und nein. Also es ist natürlich eine besondere Perspektive, wie du es schon gesagt hast, aber ja, also es ist die Frage, wie viel davon ist halt, es will ja auch keine realistische Darstellung sein in dem Sinne, sondern es will einfach zeigen, dass Gotham ohne Batman auch irgendwie möglich und interessant ist. Und das haben sie sehr gut geschafft. Ja, das stimmt schon. Es ist in Gotham City und damit ist klar, dass auch wenn Batman nicht da ist, trotzdem absurde Sachen passieren und Explosionen und verrückte Mordfälle hier Thema sind. Denn das liegt auch ein bisschen natürlich daran, wir folgen ja hier dieser, ich glaube MCU heißt diese Einheit hier. Die Abkürzung steht für irgendwas, was nichts mit Marvel zu tun hat. Und das ist glaube ich schon eine Spezialeinheit für besondere Fälle. Aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, falls das sein sollte, wäre das die Erklärung dafür, warum natürlich das alles ein bisschen extremer ist als vielleicht so ein Standard-Mord. Patrick, hast du die damals gelesen? Natürlich habe ich die Reihe gelesen. Schon allein war es von Ed Brubaker weitestgehend ist. Oft hat auch Greg Rucker da einfach so das Story-Ruder übernommen. Ich mochte es, dass es für Batman-Verhältnisse doch irgendwo was geerdeter ist. Aber wie Breedstorm schon gesagt hat, schon allein, dass es in Gotham spielt. Dass da ein Mr. Freeze oder eine Poison Ivy irgendwann mal durch die Stadt wütet, als wäre es gerade so ein Event wie bei den Sims, macht das Ganze natürlich um einiges abgedrehter, als es sein dürfte. Aber eben weil wir normalsterblichen Cops folgen, ist da doch eine gewisse Fallübel, weil die können eben dann schon mal sterben. Dann ist es nicht so, dass es Robin vielleicht mal wieder in die Gru von Rassai-Bruh schafft und dann wieder belebt wird, sondern wenn die tot sind, die bleiben tot. Deswegen war das wirklich eine nette Story, beziehungsweise eine nette Reihe, die auch ein bisschen für die Gotham-Serie Partie gestanden hat, wo Rene Montoya auch aufgetreten ist. Sie war jetzt in den letzten beiden Bänden so ein bisschen weg, weil sie eben in der Ausgabe 4 von einem gewissen Harvey Dent, also Two-Face, so ein kleines Psychospiel hat uns dadurch ein bisschen sammeln mussten. Aber ja, ich verstehe es, wenn du sagst, ist es nicht gut, dass die Norse lesbisch reduziert wird, weil irgendwie witzelt das in der Serie dann doch. Aber an sich finde ich, dass, oh sorry, eine der besseren, interessanteren Batman-Storylines, beziehungsweise Batman-Reihen, gerade weil die Cameos auch so spärlich angesetzt wurden, dann hatten Joker und eine Poison Ivy oder eine Catwoman auch ihre gewisse Wucht, wenn sie dann eingesetzt werden. Ja, absolut. Gerade wollte die eben auch teilweise mal verdächtig werden, beispielsweise. Genau. Genau. Andi, hast du von der Serie schon was gelesen? Ich habe die komplett gelesen, das ist auch schon einige Jahre her. Ich fand die auch wirklich sehr, sehr gut. Also, man wurde ja schon mehrfach erwähnt mit Ed Brubaker und Greg Rucker sind da zwei am Werk gewesen, die wissen, wie man Krimis schreibt. Auch die Zeichnerriege fand ich tatsächlich auch sehr, sehr gut. Düstere Stimmung, tolle Leute mit dran gearbeitet. Und ja, gerade für Menschen wie mich, die nicht super tief jetzt im Superhelden-Universum drin sind, aber ab und zu mal so ein bisschen einen Finger mal so reinstecken in die Superhelden-Welt, war das auf jeden Fall eine gute Reihe. Beziehungsweise, ich fand sie auch deswegen tatsächlich so interessant, weil sie eben nicht um Superhelden geht, sondern weil das Konzept der Serie einfach ist, wirklich, wir verfolgen normale Polizisten, die aber damit zu tun haben, dass sie in einer Superhelden-Welt leben. Genau, liebes Publikum, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr das Ding gelesen habt oder ein Teil der Reihe, ist gar nicht so gering. Auch hier, wie bei allen anderen Comics, bitten wir euch herzlich um Feedback, denn Feedback ist der Lohn des kleinen Podcasters oder der Podcaster-In. Und insofern würden wir uns mega drüber freuen. Und dann ist er hier gekommen, der einzig wahre Moment, der besondere Moment, der Moment, auf den wir alle schon ganz lange gewartet haben. Wir wollen hier und jetzt einen Comic besprechen, der hat die Tage sogar zwei Auszeichnungen bekommen und genau genommen zweimal dieselbe, nur in verschiedenen Kategorien. Die Redner ist vom Eisner Award und auch vom Comic DAX, der ganz aktuell erschienen ist, bei Reprodukt in Zusammenarbeit mit Zwechfell oder andersrum, so ganz genau weiß ich das gar nicht. Das ist quasi so eine parallel-doppel-gleichzeitige Veröffentlichung von einem Buch, das irgendwie bei zwei Verlagen erscheint. Und das Ganze kommt von Kate Beaton. Die junge Frau war auch in München, hat da auch an verschiedenen Veranstaltungen teilgenommen und da gibt es eine ganze Menge zu, zu sagen. Ich weiß gar nicht so genau, wo wir hier anfangen wollen. Denn DAX, wir haben es alle gelesen. Andi, du hattest ja auch vor einiger Zeit in die englische Ausgabe auch reingeschaut. Erzähl doch mal so ein bisschen aus dem Nähkastieren, wie waren so deine Ersteindrücke beim Lesen von DAX? Genau, also ich habe auch tatsächlich die englischsprachige Ausgabe jetzt komplett gelesen für diese Besprechung. Es ist sicherlich eine der Comics, die dieses Jahr so gerade im Foto am stärksten besprochen worden sind. Allein dadurch, dass Barack Obama den Comic letztes Jahr auf seiner Jahresend-Literatur-Bestenliste oder Empfehlungsliste irgendwie auch mit drauf hatte. Es ist ja immer, wenn ein Comic auf so einer Liste auftaucht, das ist ja immer eine Besonderheit. Es ist ein autobiografischer Comic, hat 400 Seiten, also ein relativ mächtiges Werk und handelt davon, dass Kate Beaton nach ihrem Studium Geld verdienen musste, um ihre Studienkredite auch abzubezahlen. Und dass es dann in Kanada die Möglichkeit gibt, in der Ölindustrie relativ einfach zu arbeiten, ohne große Vorbildungen und Ausbildungen, dass man da relativ gutes Geld verdienen kann, aber eben unter recht rauen Bedingungen, gerade als junge Frau. Genau, das ist so das grob umrissen, worum es in DAX geht. Kate Beaton hat einen Schwarz-Weiß-Zeichen-Stil hier, der relativ simpel daherkommt, nicht im negativen Sinne, sondern sie hat eben einen relativ einfachen Strich. Ist jetzt nicht super realistisch, sondern schon recht runtergekocht, was so Mimiken angeht, was so überhaupt Gesichtsausdrücke etc. angeht. Einen Zeichenstil, den ich persönlich als sehr angenehm empfinde. Also mir hat das sehr gut gefallen. Und ja, die Geschichte hat recht, ja, hat deutlichen Tiefgang. Also da steckt viel Ernsthaftes drin, viel Ernstes drin. Da passieren auch dramatische Dinge. Es hat über die 400 Seiten schon eine gewisse Länge. Da muss man schon auch sich durchlesen. Ich hatte zwischendrin auch so den Eindruck, ich weiß nicht, ob ihr Hurt Locker gesehen habt, den Film Bigelow, der ja auch so damit spielt, dass die Langeweile thematisiert wird. Also dass, wenn die Soldaten an der Front nichts zu tun haben, das hat auch nichts passiert, dass die halt einfach in der Wüste hocken und dann ist da halt nichts. Oder wenn sie dann irgendwo mal stundenlang liegen und ein Gegner im Visier haben und es passiert nichts. Und dass du das so als Zuschauer irgendwie auch so quasi so mitfühlst. So dieses, jetzt passiert halt einfach nichts. Dieses Gefühl hatte ich so teilweise bei dem Comic auch, dass da halt, ja, so monotoner Arbeitsalltag geschildert wird, wo sehr viele Dinge halt auch einfach immer wieder passieren, aber eigentlich auch nicht viel los ist. Man ist da irgendwo in der Pampa und Kate gibt dann da halt irgendwie so Werkzeug aus und muss irgendwelche Sprüche ertragen oder sowas und dann ist sie mal auf einer anderen Baustelle und dann passiert aber irgendwie auch mehr oder minder das Gleiche. Und dieses, das zieht sich alles so. Also diese, ich glaube, zwei Jahre, die es ja sind, die sie dann so da arbeitet, die sich für sie wahrscheinlich auch länger angefühlt haben und erstreckt haben. Das habe ich beim Lesen so ein bisschen auch mit nachempfunden, ohne damit sagen zu wollen, dass der Comic sich furchtbar gezogen hätte. Aber wie gesagt, er hatte eben auch 400 Seiten. Also das habe ich jetzt auch nicht in einer Sitzung durchgelesen. Aber ja, ich will jetzt noch nicht irgendwie in einzelne Szenen reingehen, aber ich finde, da waren schon ein paar Hämmer drin. Also da hat mich schon an verschiedenen Stellen auch so einen guten Schlag in die Magengrube auch versetzt. Und ja, also ein lesenswertes Werk. Lieber Breedstorm, da war jetzt auch viel schon vom Andi dabei. Wie waren denn deine Eindrücke beim Lesen von diesen über 400 Seiten? Ihr wisst ja, ich mag autobiografische Sachen und deswegen hat mich das vom Grundprinzip her sehr angesprochen. Es hatte aber für mich auch gewisse Längen in sich. Also ich habe das schon verstanden. Also sie braucht das Geld, um den Studienkredit zurückzubezahlen. Alles klar. Und trotzdem hatte ich wirklich das Gefühl, man hätte das auch für mich interessanter gestalten können. Also ich verstehe schon die Monotonie, die da herrscht und die Sitten und Gebräuche, die sich da so etabliert haben, die werden lange und ausgiebig dargestellt. Wir haben auch eine kleine Phase, wo sie mal nicht in den Ölsanden ist, sondern an einem Museum arbeitet sie, glaube ich. Und trotzdem kommt mir zu viel, zu wenig von ihr selber rüber. Also ich hätte mehr gern erstmal gewusst, wo kommt sie her, dass sie da noch so ein bisschen drauf eingeht, ihre Herkunft. Also wir wissen von ihren Eltern, wir wissen von ihrer Schwester, aber was davor so passiert ist, da wissen wir relativ wenig dafür. Das ist alles Off-Panel. Und da hätte für mich deutlich mehr passieren können. Ich hatte auch, da ich selber als Jugendlicher sehr oft irgendwo gejobbt habe, also auch auf Baustellen, Ferienjobs gemacht habe, wo ich, wie gesagt, wenn Häuser oder irgendwelche Hallen gebaut wurden, mit Maurerfirmen unterwegs war und solche Sachen. Also ich kann diesen Arbeiter-Drive da schon irgendwie so ein bisschen verstehen. Aber mir war das da einfach zu lang. Also zwischendurch hatte ich wirklich das Gefühl, ich arbeite selber irgendwie mit. Und dass natürlich irgendwo am Ende der Welt in den Ölsanden, wo 99% Männer sind, die vielleicht auch nicht die zartbeseitetsten sind, dass man da, wenn man da eine der wenigen Frauen dort ist, relativ viel Aufmerksamkeit bekommt. Das, denke ich, hätte ihr auch vorher klar sein können. Also ich will das jetzt nicht irgendwie gut heißen, das sind ja ganz komische Sachen, wie mit ihr umgegangen wird, so. Aber ich hätte da mehr drumrum gebraucht. Also weniger von diesen Arbeitsblues, den sie sehr ausgiebig gezeichnet hat, sondern einfach mehr aus ihrem restlichen Leben einfach. Ich sehe, dass es war ja mal als Webcomic erschienen und sie hat dann quasi eine Extended Version davon rausgebracht. Also es hat sich auch so ein bisschen dahin entwickelt, ganz klar. Das sei alles gestellt, aber es hätte für mich ein bisschen gestrafter sein können, während zum Beispiel der Punkt, also es gibt da ja eine Szene, wo es zu sexuellen Handlungen unter Alkohol kommt. Und wo ich am Anfang, war mir jetzt nicht klar, geht es jetzt in Richtung auch wieder Vergewaltigung oder in welche Richtung geht das jetzt? Das wird ja dann mehr oder weniger aufgelöst. Aber auch das fand ich dann für das, was da passiert ist, eigentlich zu kurz. Also der Schwerpunkt hätte mir, glaube ich, besser gefallen, wenn er ein bisschen anders gerichtet worden wäre. Ja, an der Stelle möchte ich auf jeden Fall empfehlen, sich auch mal die Besprechung anzuhören bei den Kolleginnen von Drei Frauen und Comics. Da hat die Ariane den auch vorgestellt und der ist es in der Besprechung relativ schwer gefallen, über den Comic zu reden, weil sie insbesondere diese Vergewaltigungsszenen sehr mitgenommen haben. Und ich kann mir halt vorstellen, dass das ein Comic ist, der halt verschieden, also der hat quasi eine Botschaft. Der will dir auch ein bisschen natürlich die Atmosphäre zu vermitteln, aber der will vielleicht auch zeigen, wie sich insbesondere klassische Männer, Cis-Männer entwickeln können, heterosexuelle Cis-Männer entwickeln können, wenn die halt in diesen Camps quasi über Jahre hinweg untergebracht sind. Und dann wird ja auch im letzten Drittel des Comics auch vermehrt dann erwähnt, dass es ja auch eine quantitativ deutlich größere Zahl an Männern in diesen Camps gibt, als die beiden Frauen oder die Frauen da generell da je kennengelernt haben, dass die meisten Männer ja nie mit denen ein Wort gewechselt haben. Und dass das unter Umständen einfach ganz normale Typen sind, die ganz normale Jobs machen und eben nicht irgendwelche untervögelten Weirdos, die halt dann ins Extrem gehen und nicht nur übergriffig, sondern eben auch vergewaltigen. Dass es also quantitativ vermutlich schon auch einfach normale Menschen gibt, die da normal arbeiten. Aber was trotzdem das für eine Extremerfahrt sein kann, da als Frau zu arbeiten und wie schwer das vielleicht auch ist, diese Erlebnisse und vor allem auch Gefühle, die die Kay denn hier vermutlich gehabt hat, irgendwie in Worte zu fassen und verständlich zu machen. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Comic die Absicht verfolgt, auf 448 Seiten sehe ich hier gerade, dieses Gefühl, diese Ohnmacht, die sie erlebt hat, irgendwie auf Papier zu bannen. Ich kann mir vorstellen, dass das eine ihrer Absichten gewesen ist und vielleicht ist dann ein Stilmittel, das sie dafür benutzt, eben auch diese Länge, die sie ohne Zweifel auf diesen über 400 Seiten dann natürlich dann auch drin hat. Das sind ja auch, wie gesagt, zwei Jahre in diesen Ölsanden gewesen und das stimme ich dir. Also ich würde sagen, vielleicht ist es einfach eher so ein Stilmittel aus meiner Sicht. Ich hätte aber in dem Zusammenhang trotzdem auch einen relativen Kritikpunkt auch an der Sache, der glaube ich auch wiederum mit dem einhergeht, was du sagst, Breedstorm. Denn letztlich lesen wir hier ganz viele kleine Kurzgeschichten. Es sind halt so Arbeitsalltag, hattest du es glaube ich genannt. Also ja, was halt so passiert und dann so nach zwei Seiten, keine Ahnung, ist es auch wieder vorbei und dann geht es mit der nächsten Geschichte weiter. Den nächsten Dingen, was sie erlebt hat. Die meisten der Geschichten sind irgendwie so ein bisschen sexuell konnotiert, sagt man glaube ich. Also was ich konnotiert, ist glaube ich nicht der richtige Begriff in dem Zusammenhang. Also das schwingt irgendwie was mit, irgendeine Erfahrung, die irgendwer gemacht hat, irgendeinen blöden Satz, ein blödes Wort, das jemand gemacht hat. Man kriegt was das Gefühl, Kate kann mit den meisten, vor allem Männern, mit denen sie zu tun hat, kein in Anführungszeichen normales Gespräch mehr führen. Eben weil die Atmosphäre schon so, und da kann man das wohl toxisch glaube ich echt benutzen, schon so kaputt ist einfach. Ich glaube, dass das alles Stilmittel sind, um dieses Gefühl dieser Ohnmacht, hatte ich es genannt, auch irgendwie dann da zu präsentieren. Ja, das waren so meine Eingedanke dazu. Lieber Patrick, das Ding hat wie gesagt zwei Eisner Awards bekommen, scheint also hier und da richtig einzuschlagen. Wie waren denn deine Gefühle und deine Eindrücke beim Lesen? Gerade dadurch, dass so viel von diesem Arbeitsalltag präsentiert wurde, kam dann dieser Schockmoment mit der Vergeweißigung für mich umso härter. Also irgendwie war das fast schon für mich schuppierender, dass das fast so beiläufig passiert ist. Als hätten sie das irgendwie unnötig aufgebauscht. Ich finde es auch irgendwie bewundernswert, dass Kate Bieten sich trotz all dem ihren Optimismus irgendwie beibehalten hat, weil dieser Comic spricht jetzt selten bis fast gar nicht anklagend darüber, sondern sie sagt, das waren wirklich wenige Fälle beziehungsweise wenige von diesen vielen Männern in diesem Männerdominierten Job sind wirklich so schlimm. Sie hat trotzdem noch irgendwo was Optimistisches und das fand ich in der hat sich dann irgendwie doch schön, auch wenn nicht schön ist das falsche Wort, das fand ich in der hat sich dann doch bewundernswert, dass sie trotzdem irgendwo nicht alles verteufelt, auch wenn es irgendwie durch die Kolorierung und sowas Tristes hat, dass das nicht alles komplett verteufelt, sondern sie da auch ziemlich ihre Studienzeit kritisiert, dass sie da alles machen muss, um das ganz abstottern zu können, dass ihre Schwester meint, ja dadurch, dass sie in der Kneipe gearbeitet hat, ist sie da abgestumpfter, sie hat den Braten längst gerochen. Ich fand dann eher so diese Beiläufigkeiten schockierender, wenn dann zum Beispiel ihr Chef sagt, ja dann tättest du recht, müssen, wenn du in so einen Männerdominierten Job gehst und dann fast gar nichts machst. So diese alltäglichen Beobachtungen fand ich dann fast schockierender. Aber ja, das hat mir wirklich ein paar Schläge in die Magengegend verpasst. Und ich würde sogar sagen, die Message dahinter ist fast wichtiger als der Comic, weil der Comic, ja er hat zwar Eisner Awards, aber wir haben auch schon im Vorfeld darüber diskutiert, es ist jetzt wirklich der beste Comic, hat der wirklich diese ganzen Vorschuss-Globeeren verdient. Ey, der Comic ist ohne Zweifel super, aber ob das wirklich der beste Comic ist, ob das ohne diesen Zuspruch von Obama so in der Bubble hochgekocht wäre, ist bezweifle ich fast. Es ist interessant, dass du sagst, sie hätte da irgendwie eine positive Seite abgewinnen können. Also ich finde es respektabel, dass sie sich mit ihren Erfahrungen so in die Öffentlichkeit tritt, was ja unterstreicht, dass sie glaube ich da wirklich eine Botschaft mit hat, aber ich habe gerade und auf den letzten Seiten wird meines Erachtens sehr deutlich klar, dass sie das nicht gut fand und sie auch grundsätzlich davon abraten würde, als Frau in diese Camps zu gehen, eben auch weil da so ein enorm krasses Missverhältnis zwischen den Geschlechtern besteht. Okay, da habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt. Da habe ich mich dann vielleicht falsch ausgedrückt, sondern bei Frauen mit der Erfahrung habe ich eigentlich fast schon ein deutlich pessimistischer, deutlich schlimmeres, pessimistischeres Werk nicht erhofft, sondern vermutet. Nochmal der Vollständigkeit halber, die Awards hat sie gekriegt für den besten autobiografischen Comic und hat sie gekriegt auch als beste Szenaristin oder Künstlerin das vielleicht noch zur Vollständigkeit, wofür die jetzt konkret waren, diese Awards. Ja Andi, wir haben jetzt eine Menge Sachen gesagt und du hast ja in deinen ersten Worten auch nur erstmal Sachen angeschnitten. Vielleicht willst du noch ergänzen? Also mich hat tatsächlich eben auch diese, vor allem die erste Vergewaltigung wirklich auch schwer getroffen beim Lesen. Also ich fand das sehr, sehr dramatisch umgesetzt. Also beziehungsweise effektvoll umgesetzt. Der Comic ist vom Aufbau her ja relativ gleichförmig, der hält sich relativ stark an so den Seitenaufbau, ist sehr Dialog-lastig, weil es eben hauptsächlich Figuren sind, die sich miteinander unterhalten und gerade dann diese erste Vergewaltigung beziehungsweise dann so, dass der Moment danach kommt dann auch mit so einer Sprachlosigkeit auch daher. Also wo dann eben eigentlich nur noch Gefühle auf der Seite sind und keine Worte mehr. Und das fand ich beim Lesen wirklich sehr, sehr beeindruckend auch und auch bedrückend. Also ich fand, das hat Kate Beaton da wirklich sehr, sehr eindrucksvoll dann dahingehend auch umgesetzt. Ich finde, das, was ihr jetzt auch so ein bisschen umschrieben habt oder was so ein bisschen so Diskussionspunkt auch war, was jetzt so Kate Beatons Haltung dazu angeht, wie viel positiv oder wie viel Optimismus da trotzdem drinsteckt oder nicht, was auch immer. Es gibt ja auch noch die Sequenzen dann mit ihrer Schwester und der Freundin, die ja dann auch anfangen dort zu arbeiten, nachdem Kate Beaton da jetzt dann auch schon die sexuellen Übergriffe auch erlebt hat und sie von daher auch die Situation auch schon kennt und es ist ja auch nicht nur, es sind ja jetzt nicht nur diese Vergewaltigungen, es ist ja auch so, dass plötzlich nachts irgendwie Leute einfach mal an der Türklinke rütteln, weil sie meinen, wenn die Tür auf ist, gehe ich halt rein und das sind dann halt Männer und deswegen sperrt man die Tür halt ab, aber trotzdem kommt es im Lauf, das kommt es immer wieder vor, dass dann halt jemand versucht einfach mal so da nachts ins Zimmer reinzukommen, also diese alltäglich kleinen Übergriffe auch schon, also nicht wirklich kleinen Übergriffe, aber durch diese Alltäglichkeit wirkt es schon fast ein bisschen klein und dann kommt es ja auch zu diesen Gesprächen zwischen Kate und der Schwester und der Freundin und es stellt sich heraus, die sind alle schon mal vergewaltigt worden, im College und dann eben hier auf der Arbeit und noch so und ich glaube, das ist auch so ein bisschen dass das was auch so ein bisschen auch mit das dramatisch daran ist, dass es so, es ist für diese Frauen schon eine gewisse Selbstverständlichkeit, das passiert uns halt, das ist halt so und diese Frauen, die jetzt hier da gestern werden, die zerbrechen daran halt auch nicht und das wirkt dann vielleicht auch schon fast wie Optimismus, aber eigentlich ist es glaube ich fast schon eher so Resignation, weil das ist halt die Welt, in der wir leben und das das ist halt so und naja, da müssen wir jetzt halt irgendwie mit umgehen und es gibt diesen einen Moment, den fand ich auch sehr, sehr eindrucksvoll, gibt es eben auch so eine Dialogsequenz zwischen Kate und ich glaube, es ist die Schwester im Moment, in dem Moment geht es da geht es dann irgendwie drum, was ihr passiert ist und ich glaube, es ist die Schwester, die dann sagt, das ist nicht passiert, jemand hat das getan, also diese diese Verschiebung des Blickes eben auch, dass also das nicht einfach nur so, das passiert nicht einfach so, sondern jemand hat da Schuld begangen, genau, also das fand ich dann wieder einen recht eindrucksvollen Moment und das ist auch so eine Szene beziehungsweise so ein Dialog, der mir auch hängen bleibt. Auf jeden Fall, also ich denke, dass das ein Comic ist, wo man unfassbar viel sagen kann, ich, Patrick hat es gemeint, bin ein Stück weit auch ein bisschen auf diesem Trichter so, ja, der ist geil und das ist übrigens, da haben wir noch gar nichts zu gesagt, da müssen wir gleich nochmal ein Abschiedsstatement zu geben, auch der letzte Comic, der offiziell bei Zwerchfell erscheinen wird, da müssen wir gleich auf jeden Fall nochmal eine Runde drum weinen, das ist ein Comic, der bietet ganz viel und da gibt es auch viel zu sagen, man muss immer schön sagen, dass Obama auch den auf die Bestliste gepackt hat und so, sonst ist das ja irgendwie auch nicht geil und ich finde es übrigens auch ganz cool, dass er das gemacht hat, hat ihm natürlich auch ganz gut geholfen und so, ich tue mich halt schwer damit, den jetzt so irgendwie, also ob ich dir jetzt ein Award verliehen hätte, keine Ahnung, Awards sind immer so ein relatives Ding, aber wenn du hörst, Eisner Award, das klingt schon nach was und also in meinen, ob der jetzt in meinen Top Ten dieses Jahr mit dabei wäre, kann ich nicht sagen. Ich weiß aber durchaus zu schätzen, dass wenn ich mir jetzt beispielsweise mal das Artwork angucke, da steckt, da ist viel Gutes drin, also beispielsweise hat sie ja, es steht da hier überall zweifarbig, aber genau genommen ist es ja, es gibt ja mehrere Abstufungen von Blau in das, Schwarz, Weiß und mehrere Abstufungen von Blau, in dem Comic und wenn da halt beispielsweise Menschen nebeneinander stehen und diese Menschen haben Klamotten an, dann schafft sie es halt mit diesen wenigen Blautönen, die sie hat, trotzdem die Menschen voneinander unterscheidbar zu machen und das nicht einfach nur als ein Farbmatch zu präsentieren. Da ist schon viel auch handwerkliches Verständnis und Geschick hinter, also allein das muss man schon mal auch sehen. Die reduzierte Mimik, die sie benutzt, gerade wenn es um ihre eigene Figur und Person geht, die funktioniert meines Erachtens auch immer ganz toll und so habe ich hier eine Menge Sachen gesehen, die mir gefallen haben. Das ganze Naturschutz-Ding, was kurz aufgemacht wird, ist für mich total verpufft. Das hat überhaupt keine Konsequenz, das wird nun mal mehr so erwähnt. Kann man machen, klar, der Vollständigkeit halber, es ist auch gut, aber ob das jetzt unbedingt reingemusst hätte oder nicht, kann ich, also glaube ich nicht. Das ganze DAX-Thema ist dann damit ja eigentlich auch gemeint, warum heißt der eigentlich DAX, das ist ja eigentlich auch so kurz erwähnt und wieder weg. und was leider auch bestenfalls ein leichtes Aufatmen ist, sind diese Nordlichter. Das fand ich ganz schön, das war so ein bisschen mal so ein ganz cool, dass das hin und wieder in dem Comic eine Rolle spielt, aber ja, ja, vielleicht ist es doch ganz gut, das hat wirklich eine kurze Durchhalte, Durchatempause, die man sich aber als lesende Person sowieso gönnt, bei diesen über 400, fast 450 Seiten. Ich habe da auch in mehreren anläufen das Ding gelesen, ist schon eine Herausforderung und auch da freuen wir uns drauf, liebes Publikum, von euch zu hören, wie es euch gefallen hat. Landet das Ding in euren Toplisten dieses Jahr oder aber eben nicht? Ich eben auch dazu sagen muss, ich fand trotz allem immer wieder diese eingestreuten Naturbilder mal wieder schön, vor allem dieses Polarlicht in Schraffur, das sah cool aus, auch wenn du das nicht in seinen Farben erstrahlen siehst, du weißt sofort, was gemeint ist. Ich hätte gerne mehr von diesen Naturspieler reingesehen, auch dass das ursprünglich mal als Dicks betitelt wurde, dachte ich, okay, war das vielleicht nicht doch sogar der richtige Titel, weil sie hat wirklich viel mit Dicks zu tun. Also viel auch mit Arschlöchern oder toxischen Männern, dass ich fast dachte, ja, der Scherz war nicht nur zufällig passiert, sondern es war bewusst. Du redest davon, dass die Jungs von Zwerchfell, die mit der Kate eine Rundrase durch Deutschland gemacht haben, sich in einem Tweet vertippt haben und da nicht Dicks stand als Titel, sondern Dicks. Das war, glaube ich, kein Scherz, aber Vertipper. Ganz lustiger. Okay, cool. Lieber Breedstorm, ich hatte es schon erwähnt, das ist der letzte offiziell vom vorerst, also wahrscheinlich immer erscheinende Comic von Zwerchfell. Den Verlag selber wird es erstmal auf dem Papier weiterhin geben, aber es werden vorerst keine neuen Sachen dort erscheinen. Ich finde das ganz schön krass, denn ich habe wahnsinnig viel von denen gelesen und gekauft. Wie geht dir das denn mit dem Wissen, dass Zwerchfell erstmal nicht mehr am Start ist? Ja, es ist natürlich tragisch, weil die wirklich viele gute Sachen über die Jahre hinweg gemacht haben, auch sehr viel Sympathiebonus hatten, weil sie das, glaube ich, auch immer, ja, sich selber auch mit immer gut, gut verkaufen konnten, sich gut darstellen konnten, gerade im Independent-Bereich und verschiedene Künstlerinnen und Künstler aus Deutschland würde es ohne die so in der Art ja wahrscheinlich nicht geben, ne? Hm. Da gab es mir erst drei Eike-Arndt-Comics gekauft, die sind auch alle dort erschienen. Andi, Zwerchfell ist so ein Verlag, von dem wirst du auch einiges in deiner Lesevita haben, wirst du sie vermissen. Zwerchfell ist sicherlich einer, wenn nicht, wahrscheinlich sogar der Verlag, der mir auch so mit am nächsten ist, mit dem ich so die stärkste Verbindung auch persönlich habe, auch übers Podcasten, also, als ich meinen ersten Podcast namens Das Alles 2012 gestartet habe, war der Z-Geist, so der Haus-Podcast vom Zwerchfell Verlag, so ein ganz starkes Vorbild auch dafür. Wir haben damals sogar, also der Z-Geist ist damals zweiwöchentlich erschienen und wir haben uns bei Das Alles mit dem Veröffentlichungsrhythmus genau immer so in die Zwischenwoche gesetzt. Das war auch bewusst so, dass wir gesagt haben, immer in der Woche, wo der Z-Geist nicht erscheint, erscheint dafür Das Alles. Stefan Dinter war mehrfach bei uns zu Gast im Podcast, mit dem quatsche ich immer, wenn ein Comicsalon ist auch und Zweifel war immer so, der Verlag, wo ich immer so als erstes hingegangen bin beim Comicsalon, also ich habe da wirklich, also mich hat das persönlich auch wirklich richtig traurig gemacht, ich kann es gar nicht anders sagen, also es war glaube ich ein Sonntag, als da der Tagesspiegelartikel erschien und mehrere Menschen haben mir den auch dann geschickt und so und ich bin am nächsten Morgen dann aufgewacht und ich war wirklich immer noch traurig, einfach wegen dieser wegen dieser Meldung, weil ich mich dem Verlag wirklich verbunden fühle und weil es darüber hinaus dann aber auch tatsächlich eben einer der wenigen Verlage von einer zumindest gewissen Größe war, der wirklich hauptsächlich deutschsprachige Comics aus Eigenproduktion verlegt hat und der nicht über Lizenzgeschäft gegangen ist, was natürlich dann wahrscheinlich auch ein bisschen mit das Problem ist, darüber dann wirklich dauerhaft auch Geld zu verdienen, aber das ist glaube ich dann einfach wirklich so eine Anlaufstelle weniger für deutsche KünstlerInnen, die dort ein Zuhause hätten finden können, die Zwerchfell-Leute haben ihre Comics wirklich immer noch danach ausgewählt, was sie einfach wirklich gut finden und was sie machen wollen, es gab da jetzt nicht so das eine stringente Konzept zwingend, dass man sagen kann, Zwerchfell macht nur solche Sachen, macht nur Genresachen oder macht nur Autobio oder was auch immer, sondern die haben sich ja wirklich immer daran orientiert, welche Comics finden sie gut und welche Leute finden sie gut, wir von das alles hatten so ein bisschen so eine Hand mit drin, dass so die, ach so ist, dass Comics von Martina Schrad die dann auch bei Zwerchfell gelandet sind, also auch da hatten wir ein bisschen eine Verbindung mit dabei und also von den kleinen Verlagen war Zwerchfell schon auf jeden Fall eine der größten Nummern, die ganzen, die Dinterbrüder waren immer ein großer Spaß auch auf dem Comicsalon so und ich hoffe die Leute, also ich hoffe, dass die Menschen hinter dem Verlag auch trotzdem dann so zum Comicsalon kommen werden, auch wenn sie nicht mehr mit dem Verlag vielleicht dort antreten werden, weil die einfach für mich eine ganz, ganz starke Säule des deutschen Comics waren, über Jahrzehnte jetzt ja, 30 Jahre waren es jetzt dann glaube ich insgesamt und also ich finde es richtig, richtig schade. Ja, absolut, es ist wirklich bedauerlich, wie das alles gelaufen ist, die hatten ja auch beim vorletzten Salon, das war nur noch vor Corona, hatten die ja auch irgendein Jubiläum gefeiert und so und das klang dann schon alles noch recht optimistisch, diesen Artikel zu lesen, der dann und da beim Tagesspiegel erschienen ist, das war halt insofern auch einfach mal bedrückend zu sehen, dass ein Comicverlag, der Comics veröffentlicht hat, die ja in unserer Bubble, wie es Patrick vorhin auch gesagt hatte, sehr positiv besprochen worden sind, die quasi eingeschlagen sind wie eine Bombe, dass selbst diese Top-Produkte, wenn ich es mal so nennen darf, dass selbst die, die das Aufrechterhalten des Verlags nicht garantieren und dass die Umsätze dann nicht in dem Ausmaß da sind, wie das der Verlag halt bräuchte, um weiter existieren zu können. Das ist schon sehr bedauerlich und wirft tatsächlich ein relativ, ja, bedrückend ist, ein trauriges Licht auch auf insgesamt die deutsche Comicszene, wenn wir uns angucken, was für Verlage letztlich in einer ähnlichen Situation sind, wo wir auch gucken müssen, was in der Verlagsgröße, wie jetzt eben Zwerchfell oder beispielsweise eben auch Jaja, die ja auch gerade ihre Auszeit machen, da müssen wir echt mal gucken, wie es weitergeht, nicht jeder Verlag kann eine Crowdfunding-Aktion starten und hinzu kommt wirklich noch diese von dir angesprochene persönliche Komponente auch von den Dinterbrüdern, mit denen man immer mal ein Wort wechseln kann und konnte, ich hätte jetzt keinen allzu engen Draht mit denen, aber ich meine, ich bin auch spät nachts in Erlangen Hause gekommen und die waren im selben Hotel und standen unten vor der Tür und wir haben halt noch über Gott und die Welt gequatscht. Das macht man halt einfach so, weil die halt so nahbar waren, ja, oder sind, sind ja auch weiterhin. Beim Christopher Tauber ist es ja auch so, dass der weiterhin auch aktiv im Comicgeschäft als Autor, als Autor mitbeteiligt ist. Der macht ja unter anderem, bei diesem Kosmos Verlag heißt er glaube ich noch, diese drei Fragezeichen-Dinger unter anderem. Der macht ja irgendwelche Geschichtscomics auch und so. Das ist jetzt gar nicht so mein Metier. Der hat jetzt zuletzt auch zwei persönliche Rückschläge reinzustecken. Wenn man ihm da Facebook zum Beispiel folgt, dann kann man das dann da auch wahrnehmen und das sind natürlich so Punkte, wo ich mir dann auch so denke, so hoffentlich kommen die beiden in vielleicht irgendeiner anderen Form wieder. Nicht unbedingt vielleicht mit einem neuen Verlag, aber hoffentlich bleiben sie zumindest der deutschsprachigen Comics-Szene in irgendeiner Form erhalten. Es wäre sonst ein Verlust. Ja, Patrick, du hast wie gesagt, du hast ja auch einiges von Zwerchfell, denke ich, gelesen und gekauft. Oh ja. Wie sieht es bei dir aus? Gab es noch, was ist für dich der Zwerchfell Verlag? Für mich ist der Zwerchfell Verlag wirklich ein extrem experimenteller Verlag. Die haben sich nicht wirklich auf diese eine Schiene festgelegt. Ich bin zum ersten Mal durch die Toten gestoßen und dass auch dieser Comic, dass die versucht haben, den über Panälie zu veröffentlichen, damit die erfolgreicher werden, dass es so schief gelaufen ist. Also ich habe die Rückschläge immer wieder mitbekommen. Das hat mir auch immer wieder leidgetan, beziehungsweise wehgetan, von dass der Komiteur bei denen in den letzten Jahren mit am erfolgreichsten war, Requiem, dass durch die Pandemie die Kosten so hoch waren, dass das schwer zu stemmen oder gar nicht zu stemmen war, wo ich immer wieder dachte, ach verdammt, könnt ihr bei denen nicht ein bisschen gnädiger sein? Also die haben wirklich über die Jahrzehnte, ohne sich auf internationale Deals einzulassen, wirklich für die deutsche Comic-Branche, für unsere Bubble, immer wieder qualitativ sehr hochwertigen Content geliefert, auch diese Frankfurt-Comics, die sich immer wieder mit der Historie von Frankfurt beschäftigt haben. Es ist so schade und ich hoffe wirklich, dass die Verantwortlichen, dass die Zeichner bei den anderen Verlangen irgendwo unterkommen, ihre Arbeit kriegen, weil es wäre wirklich schade, wenn diese Größen, unter anderem die Dinter Brothers, Christopher Tauber, dass die jetzt so von der Erdflüsschen verschwinden, das finde ich wirklich unfassbar schade. Ja. Und ja, Christopher Tauber, den sieht man ab und zu noch beim Harmonie-Kino, da gibt es dann dieses Disharmonie-Event und da sucht er dann speziellere Filme aus und da kann man ihn immer wieder mal auch antreffen, also er ist wie wir auch, also wie ich, ein bisschen wie Andi, auch so ein leichter Seniast und das merkst du ihn auch, du merkst diesen Leuten wirklich ihre Passion an und dass das wirklich jetzt so knalllos eingestampft wird, das ist wirklich scheiße. Ja, auch relativ überraschend halt auch, aber gut, vielleicht muss man aufhören, wenn es am schönsten ist mit einem Comic wie diesen, der, also Dax, der jetzt hier tatsächlich einiges in Aufmerksamkeit bekommt, sag mal, Breastorm, die Naomi Fern Comics, die waren damals auch alle bei Zweigfell, oder? Bei dem allerersten bin ich mir nicht ganz sicher, aber die späteren schon, oder? Also sie hat ja auch, sie war ja auch Teil von dem Z-Geist, lange Zeit. Prima, alles klar, dann haben wir diese heutige Ausgabe jetzt beendet. Wir sind am Ende angekommen, haben über eine Menge Comics gesprochen und freuen uns sehr, dass ihr, liebes Publikum, uns bis hierhin zugehört habt. Keine Sorge, wir haben jetzt kein Gewinnspiel am Ende versteckt, es war trotzdem schön, dass ihr es geschafft habt und ich freue mich tierisch auf euer Feedback, das habe ich auch schon mindestens zweimal erwähnt, das könnt ihr gerne hinterlassen, auf den Social Media Plattformen, eures Vertrauens oder eben in unseren Chatgruppen. Ansonsten freut euch auf die nächste Ausgabe, da werde ich mich einem Comic widmen, der auch einen Eiser Award gekriegt hat und wir gucken uns mal die Swoosh App ein bisschen genauer an, denn wir hatten einen Pressezugang zur Swoosh Comic App und werden dann da mal so eine Art vorläufiges Fazit ziehen. Mehr dazu dann in einem Monat. Jungs, war mir eine Freude, bis zum nächsten Mal. Ciao. Radio. Kleine Anmerkung noch von mir, danke auch an alle die Leute, die uns auf den Cons ansprechen, die uns wiedererkennen, die uns auch persönliches Feedback geben. Gruß an Sven. Finde ich immer wieder geil. Genau, Gruß an Sven. Ich weiß nicht, wie er aussieht. Oder an Steffi. Ja klar, Steffi. Ich habe ihn dir auch in München gezeigt, das hast du noch verträgt. Oh. Brickson, du kannst jetzt Tschüss sagen. Ja, ich muss mich drauf vorbereiten. Ich dachte, der Patrick hat noch was. Dann verabschiede ich mich mit einem Pax Wobis Sitt. Alter, hoffentlich war das nicht anstößig. Tschüss. Ciao.